Ich würde sagen, 25 kommt die Beta, die erste oder 26, 25, 26 kommt die Beta. Also es kommt natürlich auf die Definition von Beta drauf an. Wenn man jetzt Beta definiert als unser Fundament steht und wir fügen jetzt nur noch Gameplay-Loops hinzu, dann kann es natürlich früher sein, weil das kann theoretisch schon passieren, wenn es in Stanton ist und wir noch keinen Pyro haben. Herzlich Willkommen zu Outlaws Perspective, heute Tech Talk mit meinem Gast, den ich gleich vorstellen werde. Ich bin sehr gespannt, wie wir heute zurechtkommen. Und jetzt dürft ihr mal mit Lautschrift raten, wie ihr ausgesprochen wir bitte. Der Gewinner bekommt von mir später vielleicht ein kleines Geschenk. Also der erste Teil stimmt schon mal. Nee, da ist nicht jugendfrei. Da bin ich froh, dass ich jetzt einen Chat ausgeblendet habe, dass ich das auf YouTube nochmal einstellen kann. Okay, also wir bleiben einfach mal bei Wurzel. Ich begrüße Wurzel. Hallo Wurzel. Den Rest sollen die sich denken. Den Rest sollen die sich denken. Also zum Namen es gibt ein Comedy-Sketch von Karl Valentin, seirischer Comedian über sinnlose Wörter. Und dann hat irgendwann mal in der 8. 9. Klasse mein Deutschlehrer meinen Namen vergessen. Mich so quasi gerufen, mehr oder weniger. Und irgendwann macht man mal einen Steam-Account und suche nach was, was noch frei ist. Und das da ist so gut wie überall noch frei. Okay. Verstehe ich gar nicht. dabei geblieben, aber Aussprache, also weiter wie Wurzel ist eigentlich nie, nie, äh, irgendwo. Ich, also ich wäre ja, ich wäre ja, ähm, da ich ja aus dem Pott komme, ist, für mich ist das ganz klar, Wurzelprünft. Wurzelprünft. Für mich ist das Wurzelprünft. Ey, es gibt halt quasi keine korrekte Aussprache, ne? Doch. Wurzelprünft. 100% richtig, wie jeder andere vermutlich auch. Ja, gut. So, dann, ähm, möchtest du dich vielleicht selbst vorstellen? Einmal. Ja, also, äh, ich bin 23 Jahre alt und gegen Ende meines Bachelorstudiums, ähm, genau, äh, fehlt im Endeffekt nur noch die Bachelorarbeit und zwei, drei kleine Dinge. Äh, und das ist, äh, an der TU in München, äh, Informatik Games Engineering, also sprich, der Informatikstudiengang, den die da haben, nur statt irgendeinem Wahlfach wie Elektrotechnik oder Bio oder so, äh, sind da, ist ein Drittel von dem Studiengang Vorlesungen, die spezifisch für Game Engine Programmierung sind. Also, von Grafikkarte, Gedönse über, über Spielephysik, Spieleaudio ist da quasi alles dabei. Und ich hab gehört, Netzwerk ist dein Steckenpferd. Netzwerk ist, ist, äh, nee. Ist dein Steckenpferd. Da reden wir später nochmal drüber. Da hab ich noch ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Keine Sorge. Mach. Und du hast aber auch Ziele. Also, es ist nicht so, als wirst du jetzt im Studium jetzt hier und dann fängst du bei McDonalds an. Da willst du ja weg, hab ich gehört. ne? Sondern, äh, du hast tatsächlich, du bist schon, wir dürfen nicht viel erzählen, aber du bist schon in Spieleentwicklung. Ja, also, der Punkt ist, es laufen aktuell Planungen mit einer kleinen Gruppe ein Indie-Game, äh, zu, zu basteln nach dem Studium. Also, ähm, sprich, es gibt da staatliche Hilfen, die man beantragen kann, wenn man halt entsprechende Pläne und Prototypen vorlegt. Und das ist gerade also in dieser, was braucht man wann, wo und welchen Prototyp muss man schon haben und so läuft das gerade an. Okay. Und, äh, Plan B, falls es nicht zustande kommt, ist tatsächlich, äh, bei CIG-Bewerben in Frankfurt, weil die suchen ewig viele Leute und, äh, ja. Ja, äh, wie gesagt, du bist dann immer auch ein gern gesehener Gast, äh, zweimal die Woche bei mir, anschließend, ist klar, ne? Also, mit ein paar, also, Chat, ihr müsst dann natürlich auch nett sein zu ihm, ihr wisst ja, ne? Sonst macht er den Mund nicht mehr auf, anschließend. Ja. Also, viel ist möglich, viel ist drin, du bist jung, ambitioniert und gehst los, das finde ich gut. Also, wie gesagt, ich habe dich auch bei Salty Mike gesehen und, äh, dachte so, mein Gott hat der da erzählt, das hört sich alles sehr clever an und, äh, da ich ja selbst auch Techie bin, ich habe jetzt allerdings kein Studium gemacht, sondern bin Fachinformatiker und seit über 20 Jahren schon in der Praxis, ja, noch haben wir keinen Fuß in der Tür, ja, der Chat fragt schon, hier haben wir schon Fuß drin, nein, ähm, bin natürlich auch schon Praktiker, jetzt aber nicht in der Spielentwicklung, hab aber auch schon Browserspiele programmiert, damals, rundenbasierte Browserspiele, ist schon 20 Jahre her, 5, 5, 18 Jahre, so, und da habe ich gedacht, wir machen mal einen kleinen Tech-Talk, weil die Leute, ähm, die hören immer die ganzen Geschichten, alle möglichen Leute erzählen immer die ganzen Geschichten, was mit, äh, ich mach mal die, ich schmeiß mal die Keywords, die Buzzwords rein, Server-Meshing, ähm, äh, iCache, sag ich immer, ja, wird's richten, äh, oder, ähm, ja, Latenzen, äh, Desings, und so weiter, und da habe ich gedacht, da muss ich mal den richtigen Mann holen, der das auch, äh, quasi gerade frisch studiert, und auch die, äh, High-End-Kram kennt, und da habe ich schon mal die erste Frage an dich, die allererste Frage, Object-Containers, genau, allererste Frage an dich, wann wird Star Citizen fertig? Du musst das ja aus technischer Sicht wissen. Ähm, das hängt ganz davon ab, wie das nächste Jahr läuft, äh, also, äh, der, der Punkt ist ja, ähm, Server-Performance ist mist aktuell, also, außerdem ist auf dem neuen Server, dann kann sie tatsächlich sehr gut sein, und das ist regelrecht spielbar, aber, von, von sechs Servern ist einer gut, zwei sind okay, zwei merkt man schon, die hängen deutlich nach, und einer ist eh schon am Abstürzen, so nach dem Motto, also, ist, man braucht Geduld, ne, und, äh, das ist jetzt so, ähm, seitdem sie dieses Object-Container-Streaming angefangen haben, bis eben jetzt iCache und eventuell so Server-Mashing, die ersten Dinge reinkommen, ist jetzt so die kritische Phase, ähm, danach kann es noch zwei, drei Jahre dauern, bis wirklich das Ganze auch contentmäßig Fahrt aufnimmt, das Ganze sich stabilisiert und gut läuft, also, Solange muss ich noch meinen, Solange muss ich noch Mining machen? Ne, 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 äh, können wir später genauer drauf eingehen, aber ich würde sagen, dass, dass wir in so einem Rahmen von ein, zwei Jahren, bis wir so, 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 aus, aus der, ähm, hängt von Server-Up-Phase, rauskommen und wenn wir aus der, hängt von Server-Up-Phase rauskommen, dann hängt es tatsächlich an deren Code und dann können sie auch Code reinhauen, dann können sie testen, dann, ne, dann sollte es besser werden und ich würde mal eben sagen, so, drei, vier Jahre, also, gibt den, gibt den, die sechs bis sechs bis acht Quartals-Patches, um wirklich mehr Features reinzubringen und dann würde ich sagen, ist es wirklich an einem Spielbahnstand mit Zeug drin, aber das kommt, wie gesagt, jetzt ganz aufs nächste Jahr an. Also, du sagst, das nächste Jahr, also, oder dieses Jahr, eigentlich, ich hatte ja vermutet, ähm, weil sie sich ja eher ein Ziel gesetzt hatten, äh, Server-Meshing vielleicht dieses Jahr ab, also in einer, sagen wir mal, ja, in einer 1.0-Version abzuschließen, vielleicht, oder Anfang des Jahr, hatte ich gedacht, wenn sie es dieses Jahr schaffen, äh, iCache einzubauen und ein Teil Server-Meshing in der Version 0.8, die ja sehr zusammenhängen, ähm, dass die, dass die dann große Fortschritte machen können, also, dieses Jahr schon. Und du sagst, nächstes Jahr? Nein, der, also, sie können, wenn sie, wenn sie zur CitizenCon wirklich schon eine erste Iteration Server-Meshing so weit fertig haben, dass sie sich trauen, das zu zeigen und dann Ende des Jahres rausbringen, dann können sie schon Fortschritte machen. Ähm, es ist halt so, wir wissen nicht, wie stabil das Ganze dann laufen wird und wir wissen nicht, ähm, ne, so dieses statische Server-Meshing, wäre ja quasi so die erste Iteration, wenn sie das hinkriegen, dann könnten sie schon viel machen. Sie könnten aber auch dann wieder alles vollstopfen und noch ein Jahr brauchen, bis sie dann mehr dynamisch unterwegs sind. Also, das ist halt die Frage, wo dann die Prioritäten liegen. Es könnte dann sein, okay, Squadron kommt irgendwann raus und wenn Squadron draußen ist, sagen sie, nee, wir treiben das nicht mehr immer bei 110% Content rein, sodass die Server eh immer am jammern sind, sondern wir fahren da nur 90%. Das wäre eine Möglichkeit, aber das ist alles sehr, sehr, sehr vage. Mit meiner Frage nach, wann wird das kommen, hatte ich eigentlich mit mehr Gegenwehr gerechnet, aber ich bin ganz überrascht, dass du da eine Meinung hast. Ja, meine Meinung ist halt super wackelig, weil es ist halt nur ganz schwer zu extrapolieren. Dann lass uns nochmal, dann lass uns nochmal für die da draußen, die so technisch nicht so versiert sind oder sich das nicht angehört haben, einmal ganz kurz klären, damit wir nicht so durchrasen. In kurzen, einfachen Worten, Object Container Streaming, iCache und Server Meshing. Einmal so, das sind ja quasi die drei großen Baustellen, die 64-Bit-Geschichte haben wir schon abgeschlossen, die lassen wir mal weg, das funktioniert ja offensichtlich. Also, Object Container Streaming haben wir schon. Ja, haben wir. Haben wir. Ich will es jetzt nicht verkomplizieren, machen wir einfach haben. Okay, dann mach mal in ganz kurzen, einfachen Worten Object Container Streaming. Was passiert da? Der eine oder andere erinnert sich noch an die die Zeit, wo wir es nicht hatten. Arbeitsspeicher immer voll, da sind es trotzdem scheiße langsam. Object Container Streaming sorgt einfach dafür, dass die Welt unterteilt ist in Einzelbereiche und diese Einzelbereiche geladen werden können oder eben nicht geladen sind, je nachdem, was man braucht. Das heißt, wenn du jetzt... Das auf dem Client verschwindet das auch wieder, ne? Genau, das heißt, wenn du jetzt mit deiner, 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 was weiß ich, Error oder so in Microtech in den Boden knallst, dann interessiert mich das teeschlürfend in der Bar in Lorville nicht und deshalb brauche ich das nicht, deshalb wird das gar nicht erst geladen. So ein Object Container Streaming und Network Bind Culling sind so da die Buzzwörter. Ein Problem dabei ist ja zum Beispiel zu unterscheiden, dass manche Sachen doch geladen werden müssen, wie zum Beispiel die Positionsdaten deiner Allies oder so, die 30 Millionen Kilometer entfernt sind. Ja und nein. Auf deinem Client brauchst du die nicht, weil da brauchst du quasi nur deine unmittelbare Umgebung, was dich beeinflussen kann. Das ist dann die Geschichte mit was macht der Server und schiebt deinem Client zu. Das heißt, der Server sagt einfach nur, okay, die sind da, du musst jetzt nicht wissen, in welche Richtung die gucken, 30 Millionen Kilometer entfernt, sondern hey, zeig einfach den Marker in der Richtung an und wenn sie näher kommen, muss der Server dann irgendwann dem Client sagen, so hey, du brauchst jetzt diese Infos, lad die mal von der Platte, wie so eine Vanguard eigentlich aussieht, wenn der mit Volker Rache auf dich zugeschossen kommt. Also das ist so ein... Aber am Anfang gab es da so eine Vermischung, also als sie das eingeführt haben, gab es da immer wieder Probleme, dass die, oder es gab immer mal wieder dann noch Probleme, dass die Marker nicht vernünftig angezeigt werden oder das haben wir immer noch quasi. Genau, weil dort die Verbindung zwischen Client und Server halt irgendwo nicht funktioniert. Entweder gibt dir der Server dem Client nicht die Marker oder der Client weiß nicht, dass die Leute in der Gruppe sind oder... Also da hapert es quasi an der Kommunikation, weil der Client weiß nicht, wo die anderen Leute sind. Das muss er vom Server kriegen. Und wie wir wissen, Server Performance ist kacke. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Object Container Streaming und dem Bind Culling zu tun, dass die Sachen da irgendwie über Server weit verteilt sind. Dass da diese Abschnitte sind, sondern dass du einfach die Information bekommst, wo sind deine Kumpel oder wo sind die Marker, die du gesetzt hast oder die du für deine Missionen hast und so weiter und so fort. Das ist ein Kommunikationsproblem. Genau, das ist quasi so, wir haben ja keine Level, die geladen und entladen werden müssen, aber es ist quasi äquivalent zu einem Level, nur dass es sozusagen, das Level ist immer nur alles, was um dich rum ist. Das ist quasi immer geladen und alles andere sind sozusagen Level, die nicht geladen sind. Und da muss eben der Server einspringen und die Informationen zur Verfügung stellen, die der Client braucht, um den Rest sinnvoll anzuzeigen. Okay, dann soll es das erstmal damit gewesen sein. iCache kurz anreißen. Was ist der Unterschied zwischen dem, was man normalerweise an Datenverarbeitung hat und warum brauchen wir jetzt iCache? Also, man hat ja normalerweise, ein Server hat Arbeitsspeicher und da liegen Daten drin und so. Nur das Problem ist, Server haben nur begrenzt Arbeitsspeicher, das heißt, da kann nicht alles drin liegen und die Server müssen auch untereinander austauschen. Und da nimmt man dann normalerweise so eine Datenbank und ballert da halt die ganzen Informationen rein und holt sie raus, wenn man sie braucht. Und das haben wir bislang und haben wir immer noch. Mehr oder weniger. Wir haben so ein P-Cache zwar dazwischen, aber der tut nicht viel. Der jammert eigentlich nur und vergisst Dinge. Also, und so ein Cache ist dann quasi, damit man nicht immer den langen Trip bis ins Lager machen muss, der sehr viel Zeit kostet. Ja, dann ist es zwar schnell, aber nicht schnell genug. Genau, hat man da eben so ein Cache dazwischen. Der, der, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem, deinem Mobiglas deinen Ship Customizer aufmachst, dann denkt sich der Cache, oh, der will bestimmt gleich seine Schiffe durchklicken und hält schon mal alle Schiffe bereit. Dass wenn der Server sagt, hey, der braucht jetzt die Schiffe, der Cache sagt, hier habe ich schon vorbereitet, damit man nicht eben den ganzen langen Trip bis in die Datenbank und zurück machen muss für jedes Schiff einzeln. Und iCache ist quasi CIGs neueste Umsetzung davon. Der kann dann nicht nur, nicht nur die klassischen Cache Dinge, sondern der muss auch ein bisschen so Autoritätsgeschichten machen, zu denen wir nachher bei Server Meshing kommen. Also sprich, iCache ist ein Cache, der nicht nur Cache Dinge tut, sondern was auch immer für Server Meshing benötigt wird, auch schon mithelfen kann. Genau, und da ist das Problem nämlich, dass iCache und Server Meshing so miteinander sind. Genau. Also später auf jeden Fall und aber Interaktion, zumindest Server Meshing braucht zwingend iCache. iCache nicht zwingend Server Meshing, aber Server Meshing braucht zwingend iCache. Genau, also sprich, Object Container Streaming und iCache sind Voraussetzungen für Server Meshing, aber ohne Server Meshing tun die unter Umständen alleine nicht viel. Genau, weil der, gut, vielleicht ein bisschen schneller, aber die Daten vorzuhalten und so weiter. Ja, Bad Lockout funktioniert zum Beispiel vermutlich wegen iCache. Ja, wahrscheinlich, genau. Aber es ist halt nur Bad Lockout, also. Letzte einmal ganz kurz, nur mal so angeschnitten, Server Meshing. So wie für unseren Client die Spielwelt zu groß ist, ist sie auch für einen Server zu groß. Also, oder sind wir ja gerade so am Rand, ne, mit 40 Spielern oder was und, ne, und die Idee von Server Meshing ist halt, das auch aufzuteilen. Also, so ganz klasse, in ganz klassischen MMOs sind es halt wirklich getrennte Karten und man geht in den Ladescreen und landet dann auch quasi auf einer anderen, einer anderen Server Maschine sozusagen, das die andere Karte macht. moderner ist sozusagen ein fließender Übergang, dass man es nicht bemerkt, aber im Endeffekt ist es sozusagen das Aufteilen der Last von, auf mehrere Server von einer, einem Areal. Mhm. Genau. Und, und, und das, und das seamless hinzukriegen, ja, Autoritätsgeschichten bedeutet? Naja, ein Spieler ist zu einem Server connected, von dem kriegt er gesagt, was jetzt um ihn herum passiert, so nach dem Motto, was die anderen Spieler tun. Und wenn der jetzt auf einen anderen Server, wechselt mit einem fließenden Übergang, muss irgendwo der Punkt passieren, okay, jetzt ist der andere Server für zuständig. Okay. Und genauso ist es. Staffelstab quasi übergeben, so hier sind die Daten, jetzt bist du verantwortlich. Genau. Und das ist so, so eine der Herausforderungen, wie groß macht man die Areale? Sind zu viele Übergänge? Sind zu wenig Übergänge? Bricht die Performance ein? Kann man Spieler rüberschieben, ohne stottern? Und so weiter und so fort. Also genau. Was ich mich gefragt habe, es stand bei einem Raum, und das sind so Sachen, die sind in meinem Kopf drin, weil ich die mal irgendwann gehört habe, dass diese Server-Meshing, dass diese Räume gegebenenfalls sogar dynamische Größen annehmen. Das heißt, sagen wir mal, 50 Spieler befinden sich in Raum A. Und jetzt kommen, jetzt kommen noch 50 dazu. Und plötzlich wird, dann wird, merkt der, merkt der systemische Hintergrunddienst, ah, da irgendwie ist scheiße. Hallo Server, teile ich mal auf in zwei. Oder übergib mal bitte, mach mal bitte so, dass die 100 Leute, die jetzt hier sind, dass das zwei Räume werden. Das heißt, dass der Space zwischen denen irgendwo durchgeschnitten wird. Und die eine, die 51 plötzlich auf dem einen Server sind und die anderen auf den anderen übertragen werden. Also, ja? Ist das, weißt du, ob das sein wird? Oder ob das, ob das eine machbare Sache ist? Ähm, das ist das Ziel. Also, aktuell in der Spielewelt wird immer nur, sozusagen, werden statische Größen verwendet. Also, jetzt zum Beispiel ein neueres Beispiel, Dual Universe. Die haben ihre Welt in hexagonale Regionen aufgeteilt. Da kann ein Server mal für mehrere Hexagons zuständig sein, mal nur für eins. Und die schieben sich diese Hexagone hin und her. Aber da ist die Grenze ja fest. Ja. Das ist quasi statisches Server-Meshing. Gut gemachtes statisches Server-Meshing, aber immer noch statisch. Und da will CIG ja quasi hin, und da kommen auch diese Object-Container wieder ins Spiel, dass sozusagen die Server sich dynamisch diese Object-Container aufteilen können. Also, sozusagen, ähm, jetzt in einem Raum wird es schwierig, weil der Raum vermutlich ein Object-Container ist. Ja. Aber man sagt so, okay, R-Corp hat einen eigenen Object-Container und die Monde sind dann da drin und der Planet und der Planet, also das ganze Areal. Und dann hat, guck mal, das aber wieder aufteilen, wenn man sagt, okay, äh, die 50 Spieler oder so verteilen sich jetzt nur auf einem Mond und R-Corp. Dann sagt man, okay, dieser Object-Container des Planeten, der wird jetzt von einem eigenen Server gemanagt und der Object-Container von dem Mond wird von einem eigenen Server gemanagt. Okay. Wenn man jetzt aber sagt, okay, die sind alle, sind jetzt auf R-Corp, dem Planeten drauf, 25 machen irgendwo Low-Flying und 25 sind nur in Area 18. Okay, dann trennt man wieder auf. Der Object-Container, in dem Area 18 sitzt, bekommt und so weiter und so fort sozusagen hier. Der Traum ist, das rekursiv aufzuteilen in diese Object-Container. Dass es immer kleiner wird, immer kleiner. Man kennt es ja, die Spieler machen ja Dinge, die machen halt Dinge. Und dann ist er plötzlich, sagen wir mal, okay, wir machen einen Flash-Mob mit 1000 Leuten, treffen wir uns auf Area 18. Und dafür natürlich der Super-GAU. Da muss dann irgendwie die Serverleistung da sein und da würde ich mir vorstellen, wird quasi das Ding in Würfel zerteilt. Also, ja, dann, ja, genau. Der Chat sagt schon, ich mag gerne Dinge. Ja, genauso Leute wie Life of a Citizen, hier, kommt im Chat, der sagt, ich mag gerne Dinge. Genau solche Dinge, genau solche Leute bringen dann alles zum Erliegen. Und das kann ja nicht sein. Da bin ich, bin ich halt, da finde ich halt schwierig, wie man, wie man so einem Problem begegnen soll. Ja, also, sagen wir mal, Problem-Flashmob an einem Wort. Theoretisch, wenn man dieses Prinzip zu Ende denkt, wäre sozusagen das ultimative Traumziel, dass man Räume irgendwann so weit unterteilen kann, dass die, dass du quasi nicht mehr genügend Spieler in einen Object-Container kriegst, einfach von der physischen Größe her, dass die Performance runtergeht. Das ist aber dann irgendwann nicht mehr effizient, weil die Server ja auch untereinander kommunizieren müssen und so. Das wird dann eine Anpassungssache sein, also wie, wie, wie es genau aussieht und da wird es dann auch noch knifflig mit Sichtweite und so. Das sind alles Probleme, die CIG lösen muss und die sie halt auch anpassen müssen. Oder einer feuert eine Waffe ab, einer feuert eine Waffe ab und das Ding fliegt 300 Meter und durchquert auf dem Weg vier Server, wenn man das so sehen würde. Es ist halt dann ab einem gewissen Punkt irgendwo auch ineffizient, ne, aber das ist dann, dann, da, sie müssen es erst mal statisch zum Laufen kriegen, davon gehe ich aus, dass sie das hinkriegen, dann dynamisch, da gehe ich auch davon aus, dass sie es in irgendeiner Form hinkriegen und dann kommt es eben darauf an, wie gut sie es hinkriegen. Dazu konnte ich jetzt nichts sagen, weil ich da, äh, 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 ich weiß halt nur, wo sie hinwollen, aber das hängt dann ganz davon ab, wie es jetzt eben in ein, zwei, drei Jahren aussieht. Genau, ich denke, dass sie da mit Amazon den richtigen Partner haben, um diese Server auch alle starten zu können, aber es ist halt, äh, es ist, macht halt bisher noch keiner, es ist halt einfach nicht trivial. Jaja, es ist nicht trivial, genau, und das ist das Spannende, da muss man auch immer wieder sagen, äh, wahnsinnig interessant für mich als jemand, der auch im Technikbereich, im IT-Bereich zu Hause ist und alle die da, die ich kenne, ähm, da zu verfolgen, ähm, wie die Entwicklung ist, was da gemacht wird, ohne jetzt genau die Tiefen und Details zu kennen, deswegen gibt es ja diese Armchair-Developer eine ganze Menge, die dann sagen, warum, ne, und so weiter und so fort, aber es macht ja auch Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, wie könnte, wer wollte, was klingen war alles und so, ähm, ich finde es wahnsinnig interessant, es ist so riesig, es ist so, äh, da steht, da ist immer noch ein Riesenberg voll Arbeit und die haben aber sich Tools gebaut, noch und nöcher über die Zeit und immer wieder neu durchiteriert, immer wieder eine Verbesserung herbeigeführt, weil es klar ist, wenn die Basis besser wird, ist das Fortkommen exponentiell schneller, ja, also die, die, die weitergehenden Dinge, die da gebaut werden, beschleunigen sich einfach um Faktor X, wenn du unten feststellst, oh, das ist kacke, wir müssen noch mal ran und dann sind wir hinten raus, rein rechnerisch, deutlich schneller fertig mit dem, das nur mal so, das finde ich halt das Spannende, die, das den, den Bäckern zu verkaufen, ist glaube ich schwierig, schwieriger als die neuen Rüstungen, die jetzt kommen, ja, die ich sehr lächerlich finde, aber, äh, das ist glaube ich einfacher, das ist einfacher den Leuten zu verkaufen als, als die Idee dahinter. Das ist ja generell so ein Problem bei Spieleentwicklung, äh, zum einen kannst du nicht garantieren, dass es Spaß macht, gut, du kannst Teams dafür abstellen, die so lange dran arbeiten, bis es Spaß macht, äh, aber zum anderen, ähm, viele Dinge funktionieren nicht, bis dann wirklich jede Komponente da ist und dann läuft's und das ist so ein, so ein Problem, was, was auch so bei, bei IT so einigermaßen der Fall ist, ne, es muss jede Komponente da sein, Backend, Frontend und dann läuft's irgendwann, aber bei Spielen ist es halt nochmal extremer, weil du wirklich halt diese Game Loops hast und da muss halt wirklich jede Komponente da sein, sonst ist wirklich jeder einzelne Teilabschritt halt führen, einmal. Welche, welche, jetzt haben wir schon so ein bisschen mal so alle die Grunddaten nochmal angerissen, damit jeder im Thema ist, welche Dinge findest du denn aktuell sehr spannend, was hast du so auf deinem Zettel stehen, mal ganz grob gefragt, du hast ja vor, wenn ich jetzt sagen darf, so einen kleinen YouTube, so einen YouTube Erklärvideo Serie zu machen, deswegen hat es sich auch ein bisschen verzögert, aber es ist jetzt doch nicht dazu gekommen, ja, wird aber wahrscheinlich bald, machst du bald, gehst du bald an, den Bachelor geschuldet, was ist auf deinem Zettel, was dich so richtig reißt momentan, wo du sagst, boah, das müsste man eigentlich mal genauer erklären? Es ist grundsätzlich, dass das Marketing von Star Citizen halt immer, die leben halt quasi von dem Geld, was das Marketing ranschaffelt, das heißt, da gibt es immer so diese großen Buzzwords, so quasi die großen Lösungen und ich würde gerne so eine kleine Erklärserie machen, wo ich zuerst das Problem highlighte, so was ist eigentlich das Problem und dann die Lösung dazu so ein bisschen angehe und da gibt es mehrere Punkte. Deine Lösung oder das, was du vorschlägst? Was sich dann quasi hinter dem Buzzword verbirgt, also zum Beispiel Problem, die Welt ist zu groß für deinen Arbeitsspeicher, Lösung, Object-Container-Streaming, aber quasi erst mal das Problem erläutern, bevor man dann die Lösung von CIG erklärt, weil die Lösung alleine erklären ist, wie das Pferd von hinten aufzahlen. Genau. Und da gibt es ein paar Themen, die halt eben so, dieses Server-Mashing, dieser ganze Komplex, die sehr, sehr interessant sind, eben warum Object-Container-Streaming bereits für Server-Mashing so wichtig war, obwohl es erst mal sehr losgelöst verkauft wurde, weil es eben die logische Struktur ist und so weiter und so fort, aber auch andere Themen, die jetzt nicht so, wo ich sage, das ist jetzt für mich nicht interessant, aber so trivial und wird trotzdem im Diskurs um Star Citizen nicht so, so, nicht so verstanden, wie ich denke, dass man es verstehen könnte. Ja, hau raus. Also das wäre dann sowas wie die Spielephysik. Soll ich einfach mal so, du hattest ja auch im Ankündigungsbild so Server-Frame-Rate. Ja, genau. Ich habe ja, ich habe auf meinem Zettel ja auch so ein paar Sachen draufgeschrieben. Was ist überhaupt ein Tick? Ja? Was ist ein Tick? Was ist ein Tick? Und was passiert da? Und warum ist das so wahnsinnig wichtig für uns? Und wo kommt, warum habe ich so wenig Frames? Genau, gut, dann gehen wir das mal Baustein für Baustein durch und gucken, warum eigentlich die Server so doof sind aktuell. Ja, genau, warum stehen die blöden Dinger überall rum? Warum schießt der nicht zurück? Also, Frames per Second. Kennt man aus dem Grafikbereich. Das ist, was ist ein grafischer Frame per Second? Das ist sozusagen, wie viele Bilder deine Grafikkarte pro Sekunde auf dein Bildschirm ballern kann. Ja. Wenn die das tun kann. Jetzt habe ich einen 120-Hertz-Bildschirm, dann kommen ja auch 120 Bilder an, oder? Wenn deine Grafikkarte 120 Bilder liefert, dann kommt die auch an. Ja, aber kann die doch eigentlich. Die ist ja langweilig. Aber warum habe ich denn trotzdem nur 30 Frames oder 25 bei Star Citizen? Das verstehe ich nicht. Da spielt heute das mit rein. Gut, das ist wieder ein separates Thema. Darauf wollte ich eigentlich nicht aus. Aber werde ich dich jetzt hier eiskalt abwürgen. Ich werde dich jetzt eiskalt abwürgen. Okay, aber ich dachte, die Information ... Okay. Ja, nee, das war nur der Vergleich. Weil da spielt dann noch der Vulkan-Renderer mit rein und alles. Und wenn ich das Fach jetzt auch, Fass jetzt auch noch aufmache, dann sitzen wir noch zwei Tage da. Ich habe gedacht, jetzt wäre, wir wären am Thema Tick dran. Und es hat was mit den Informationen, die in einem Tick passieren, zu tun. Ja, bei alten Spielen, bei ganz alten Spielen, kennt man das vielleicht, dass die schneller laufen, wenn man jetzt bessere Hardware hat. Insgesamt. Dass halt auch die Spielgeschwindigkeit schneller ist. Und das liegt dran, dass die Logik von dieser grafischen Framerate nicht entkoppelt war früher. Heutzutage hat die Logik sozusagen eigene Frames per Second. Das sind quasi Logik-Durchgänge pro Sekunde. Die sind mitunter nicht immer ganz entkoppelt von der Grafik, weil da müssen ja Informationen an die Grafikkarte geschickt werden und so weiter und so fort. Wo gucke ich hin? Aber, aber, ähm, äh, äh, grundsätzlich hängt es nicht so stark mehr mit der grafischen Framerate zusammen. Also sprich, dass deine Grafikkarte das liefert. Das ist eher fehlende Optimierung, Vulkan, Texturen, und Informationen zur Grafikkarte schieben. Da ist jetzt Server-Meshing nur bedingt drin. Was aber Server-Meshing und die logische Framerate ganz, ganz groß beeinflussen, ist, ähm, alle Interaktionen im Spiel. Du drückst den Mobi-Glas-Knopf, dauert bis es aufgeht, dauert bis es angezeigt wird, dauert bis es Ding, also sprich, die, die, alle Interaktionen in Star Citizen, die hängen sehr, sehr viel an dieser logischen FPS, die grafischen FPS, das kommt immer ganz auf die Optimierung drauf an. Es kann sein, dass es besser wird, wenn die Server-FPS hochgehen, ähm, das kann aber auch nur mehr so Kollateralschaden sein und weniger ein direkter Zusammenhang. Also, das liegt einfach daran, dass es insgesamt doof läuft. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, Server, äh, wenn gepatcht, sind scheiße, läuft irgendwie nicht, Server sind kacke. Mein Client hängt bei 10 FPS oder wie, oder, oder wackelt da rum. Dann kommt ein Patch und alles läuft wieder wie geschmiert. Also, oder mehr oder weniger. Genau. Dann hänge ich so bei, hänge ich irgendwas bei 40, 50, 60 Frames oder so oder keine Ahnung wo. Aber höher geht es halt auch sowieso nicht, obwohl ich könnte und sehe meine Grafikkarte, sagt so, okay. Äh, ich hatte immer gedacht, die, die, dieses Stuttern, Stuttering und das mal nix, das halt einfriert oder so oder die, die Frames runtergehen, hängen hauptsächlich an der Kommunikation zwischen Client und Server, dass da, äh, Informationsabriss da ist oder so. Aber jetzt sagst du, die, die, die Frames sind entkoppelt von der Logik. Also, jetzt zum Beispiel wusste ich nicht. Also, ich bin ja auch kein Spielentwickler, deswegen wusstest du ja hier. Ja, äh, wusste ich nicht, ich hab, mir war das nicht klar. Also, der Punkt ist, worauf ich, was ich da, da sagen will, von wegen Kollateralschaden, ähm, die Grafikkarte, die weiß ja nicht, was sie rendern soll. Die kriegt ja in, den Speicher von der CPU hier. Ich brauch die Objekte, ich brauch die Texturen, ich brauch die Dinge. Und das Problem ist, wenn der Server grad am Rödeln ist, dann sagt der Server deinem Client, hey, du brauchst das alles. Und der Client so, okay, wenn du meinst, ich brauch das alles. Und schiebt dann quasi, äh, Dinge auf die Grafikkarte, so wie irgendwelche NPCs, die du eigentlich nicht sehen müsstest, oder sonst irgendwas. also das ist quasi keine direkte technische Verknüpfung, sondern da kriegt die Grafikkarte viel zu viel Content oder viel zu langsam oder viel zu Ding zugeschoben, sodass die Grafikkarte sagt, hey, Textur brauch ich dir jetzt, brauch ich nicht, ich lad sie mal, es ruckelt und Ding und, äh, okay, okay. Es ist quasi eher so ein, so ein, so ein Kollateralschaden sozusagen. Ah, okay. Aber die technische Verknüpfung ist dann nicht ganz so hart wie jetzt bei so, so, so Ding. Also es wird vermutlich besser werden, wenn die Server besser laufen, weil dann können sie auch das optimieren. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, wir fahren mit, ich fahre mit meiner Frau in Urlaub, sie packt ein Auto und ich fahre mit dem Roller und ich habe alles für drei Wochen und sie hat alles für ein Wochenende. Das Auto ist voll und mein, ich habe einen Rucksack auf. Das heißt, ich komme schneller voran, weil ich weniger Zeug dabei habe und sie hat ein dickes Auto, mit und wir treffen uns da und dann denke ich, ja, ist klar, du hast wieder drei Unterhosen dabei und ich habe keine. Ja? So ist, also mit dem Roller bin ich dann schneller weg als ich mit dem dicken Auto voll beladen. Habe ich verstanden. Genau, also im Chat kam da ein guter Punkt, wenn du, wenn du jetzt im Game eine Wand ansiehst, so nach dem Motto, dann hat die Spiellogik auch Freizeit und dadurch, dass die Grafikkarte nichts neu machen muss, gehen die FPS dann auch hoch. Also da hängt die Spiellogik schon auch mit drin, aber es ist sozusagen eher so eine, die Spiellogik beeinflusst den Zustand und der Zustand beeinflusst, wie schnell deine Grafikkarte das rendern kann. Aber die Spiellogik ist nicht direkt mit der Grafikkarte sozusagen gekoppelt. Also es ist jetzt nicht so, dass der Server sagt, hey, render mal ein Frame, das kommt bei deinem Client an und der schickt es zur Grafikkarte weiter, sondern der Server sagt halt, Hilfe, ich habe keine Ahnung, hier, nimm mal dieses ganze Paket und der Client so, was soll ich mit dem Paket? Ja, Grafikkarte, zeig das mal alles an und die Grafikkarte da so, äh, ja so, Vogel. Okay, verstehe. Also, das ist sozusagen so eine indirekte Abhängigkeit. Okay, das heißt, wenn die aufgeräumt kriegen, dass die Server, äh, dass die Server sauber Daten liefern können, nicht mehr unter Volllast irgendwelchen komischen Krams meinem Client sagen, dann geht auch die Leistung nach oben. Also, es ist halt so, äh, wenn der Client weniger Murks hat, dann muss die Grafikkarte auch weniger Murks anzeigen und der Murks im Client ist halt vom Murks im Server abhängig. Äh, aber es ist quasi keine, 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 äh, wenn wir jetzt diesen Code im Server verbessern, dann wird es garantiert auch von der Leistung her besser, sondern da wird dann eben der Gen 12, 12 Renderer, an dem sie sitzen, viel tun und Vulkan wird viel tun, ähm, weil das quasi Dinge sind, die direkt mit der Grafikkarte interagieren. Okay. Genau. Wo eben diese, 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 sie können halt jetzt zum Beispiel das auch nicht optimieren. Also, du kannst die Grafik, die Grafikleistung nicht optimieren, weil du halt einfach auf Murks optimieren würdest. Okay. Also, es ist, es ist, es ist halt, das heißt, es ist automatisch nach hinten geschoben, weil es macht einfach keinen Sinn. Wenn die Leute dann meckern und sagen, oh, wenn die mal Vulkan hätten, nein, geht nicht, weil macht keinen, macht keinen Sinn, oder? Vulkan allein würde schon sehr viel mehr Sinn machen oder auch generell der Generation 12 Renderer, selbst wenn das mit DirectX noch läuft, was ja am Anfang der Fall sein wird, sollte das bereits helfen, weil es sozusagen, der Murks dann sehr viel effizienter auf deinem Bildschirm wandelt. Okay. Das heißt, es hilft schon, aber es ist halt immer noch Murks. Okay. Und warum kommt der Vulkan-Kram nicht? Ist doch schon, existiert doch schon, oder nicht? Verstehe ich nicht. Die schreiben ja schon dran. Wenn du auf die Roadmap guckst, die, 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 die basteln ja schon dran. Also da, 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 ich glaube, bis, bis Quartal 3 steht was drin, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf Twitter haben auch schon Entwickler sich ausgetauscht, so, hey, läuft super, stürzt zwar aktuell noch oft ab, aber läuft, wenn es läuft, läuft super, jetzt müssen wir es halt noch weit, also die haben da schon Prototypen anscheinend und Ding, also das ist auch in Arbeit. Da sitzen halt dann die Grafiker dran. Ja. Da sitzen die Grafiker dran, die Grafikprogrammierer und nicht die Netzwerkprogrammierer. Okay, okay. So. Was die dann dazu machen, keine Ahnung. So genau, so weiter. Genau, also der Punkt ist eben, diese logische Framerate, die beeinflusst sehr viel von unserem Spiel, weil, ähm, an der hängen ja alle Interaktionen und das ist ja das, was aktuell so scheiße ist, weil, ich meine, wenn das Spiel absolut einwandfrei laufen würde, die NPCs würden sich, einwandfrei bewegen, Mobiglas würde immer aufgehen, dann könnte man es auch mit 20 FPS spielen, bis mal die Optimierung da ist, weil dann könnte man es wenigstens spielen. Aber es scheitert ja oft nicht allein an den FPS, die sind zwar oft Grütze, aber es scheitert ja auch oft einfach daran, dass nichts funktioniert. Ja, ja, genau, äh, und jetzt kann ich plötzlich den Leuten den Datapad aus der Tasche greifen und, äh, geht weiter. und das ist das, woran Server-Meshing wirklich etwas ändern kann und wird. Genau. Aber Server-Meshing ist doch nur, meinst du jetzt, ob es ja Container-Streaming und iCache, oder meinst du? Server-Meshing. Genau, und wieso das der Fall ist, kann ich dir jetzt eben in einzelnen Schritten erklären. Ja, und los! Also, in, in, in Spielen, so wie Star Citizen, ist ja sehr viel Physik basiert. Das heißt, man muss Physik simulieren. Ja. Okay. Kennt man ja, gibt's da so Formeln für und so. Das Problem ist, ähm, es gibt quasi keine statische Formel, die einwandfrei analytisch berechnet würde, wie ein Spieler sich verhält. Das heißt, was hier passiert ist, man geht immer so von Schritt zu Schritt. Sagt, okay, in diesem Frame habe ich diese Kräfte hier und hier, diese Positionen hier, und dann berechnet man's für den nächsten Frame. Dann guckt man wieder an, wie haben sich die Kräfte geändert, berechnet wieder und für den nächsten Frame. Das heißt, man geht halt so Schritt für Schritt, äh, verändert man den Status, sozusagen. Und man hat nicht irgendwie eine Funktion m mal x plus t und haut da einfach die Zahl rein und dann fertig, sondern man geht quasi von Schritt zu Schritt, baut man das auf. Und dann passt ihr 30 Mal pro Sekunde. oder? Idealerweise. So. Jetzt gibt's aber einen Haken. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du die Position von einem, von einem, von einem Gegenstand berechnen willst, dann brauchst du ja die Geschwindigkeit, die er hat. Die Geschwindigkeit ist die Änderung der Position. Also die erste Ableitung. Und wenn du jetzt von der Geschwindigkeit die Position haben willst, also eine andere Richtung, dann musst du es integral bilden. Okay. Werd nicht so technisch. Nee, das ist so, so, so ganz grob. Sonst schalte ich gleich aus. Sonst muss, sonst muss ich gleich ausschalten. Das Problem ist, diese Integrale sind sau teuer zu berechnen. Okay. Also kostet viel zu viel Rechenzeit. Du musst kurz erklären, kostet, ja genau, kostet, kostet Rechenzeit. Also sprich, dauert lang. Genau. Kostet Rechenzeit. Dauert lang, das auszurechnen, wenn man es mathematisch präzise macht. Was man also macht in der Spieleentwicklung, man benutzt eine Annäherung. Also was man jetzt hier daraus mitnehmen sollte, ist, okay, wenn man von der Geschwindigkeit zum Ort will, also um zu berechnen, wo der Gegenstand jetzt ist, wird eine Annäherung durchgeführt. Also es wird quasi nur sehr präzise geraten. So. Okay. Das kann schief gehen, man kann mal daneben raten, so nach dem Motto. Ähm, wenn jetzt der, der, genau, wenn jetzt der Server mit 30, 30 Mal pro Sekunde diese Schritte durchführt und rät, dann kann man das schon einigermaßen präzise machen und als Mensch nimmst du das dann nicht mehr wahr, wenn das leicht falsch ist. Also sprich, wenn der, wenn du die Granate auf eine Tür wirfst, äh, wenn jetzt die, das Raten so ist, dass sie am Türstock abprallt, solange es sinnvoll aussieht, selbst wenn das nicht ganz präzise war, ist es in Ordnung. Wenn jetzt aber der Server, ähm, das nur zweimal pro Sekunde berechnet und das dazwischen dann, äh, äh, aufgefüllt werden muss, da kann halt wirklich Dinge schief gehen. Also nehmen wir mal an, du fliegst jetzt vor mir weg in deinem Raumschiff, gibst Gas. Ähm, und wir haben jetzt sozusagen nur einmal pro Sekunde so ein Logik-Update. Wenn du jetzt irgendwo zwischen, zwischen einem Logik-Update und dem anderen das Bremsen anfängst, dann wird das erst nach einer halben Sekunde in die Logik reingejagt und dann müssen entweder Anpassungen vorgenommen werden oder Dinge, aber die Vorhersage war quasi falsch. Ja. Wenn man halt 30 Mal pro Sekunde dieses Logik-Update macht, dann kann man quasi deinen Bremsen nah genug abfangen, sodass es glaubhaft aussieht. Dann war es nur zweimal pro Sekunde falsch und die anderen 28 Mal war okay. War es richtig, genau. Ja. Hört sich schon relativ kompliziert an. Es ist quasi ein Ratespiel, das davon abhängt, wie gut der Server läuft. Mhm. Aber es ist nicht das einzige Ratespiel, das bei Physik passiert. Weil wir haben ja nicht mehr immer die Geschwindigkeit. Was wir ja haben, sind Kräfte, so wie die Schwerkraft oder die Kraft, die dein Triebwerk hat. Das heißt, man berechnet aus der Kraft mit Formeln berechnet aber die Beschleunigung. Der eine oder andere hat das vielleicht im Kopf. F gleich M mal A war so eine Formel in der Schule oft. Habt ihr auch so ein Pfeifen? Einmal plus in den Chat, wenn ihr Pfeifen habt. Genau. Man hat also die Beschleunigung. Man hat aber nicht die Geschwindigkeit. Das heißt, man muss von der Beschleunigung muss man die Geschwindigkeit raten, um dann von der Geschwindigkeit den Ort zu raten. Das heißt, man hat ein zweischichtiges Ratespiel. Ah, okay. Und deshalb ist halt diese hohe Framerate von 30 Logik-FPS so wichtig und wenn sie halt zu niedrig ist, dann ist halt die Physik totale Grütze, weil das ist dann, was da passiert. Dann springt der rum und Position nicht richtig. Ja, okay, verstehe. Also zum Beispiel Kollision. Da muss ja dann rückwärts berechnet werden, wann die Kollision tatsächlich passiert ist, weil an dem Punkt, wo du es misst, gibt es bereits eine Überlappung. Und dann wird da rückwärts gerechnet. Die Kollision ist, zwischen Frame 15 und Frame 16 passiert. Die müssen jetzt so voneinander abprallen. Und wenn du aber diese Logik-FPS so niedrig sind, dann hast du gar nicht die Zeit, diese ganzen Rückberechnungen über halbe Sekunden durchzuführen. Und dann wird es halt einfach irgendwie grob gemacht, weil es muss ja weitergehen. Und dann passiert halt sowas. Ja, und da muss es ja irgendwann so ein Fallback geben, wo du sagst, okay, jetzt ist scheiße gelaufen, jetzt müssen wir irgendwie einen Zustand herstellen, den wir wieder beherrschen können. Genau, was dann halt zum Beispiel passieren kann, ist, wenn man mit einem Greycat über das Landing-Gear in der 600i fährt, dass der Server sagt, oh shit, ich habe keine Zeit, genau zu berechnen, wann die Kollision passiert ist. Ich schleudere den Greycat jetzt einfach mal weg, ungefähr so, und der Greycat fliegt in niedrigen Orbit um den Mond rum, weil das Ratespiel halt total nach hinten losging, quasi. Das ist Greycat den Lukas. Das ist wenn... Tum! Genau. Genau. Ah, okay. Und aber jetzt, ja, gut. Das heißt, der Server muss sich schon mal um die Physik kümmern. Und dafür muss er laufen. Ja. So. Aber das ist ja nicht die einzige Aufgabe von so einem Server. Wir haben also Physik als Säule. Dann haben wir aber auch noch KI. Die muss ja auch, also mit jedem Frame bewegst du dich weiter. Und wenn du jetzt Kollisionskurs mit der KI bist, dann musst du ja irgendwann schnallen, ich bin auf Kollisionskurs. Das heißt, theoretisch müsste für jeden Frame, der passiert, überprüft werden, ob die KI eine Planänderung vornehmen muss. Das heißt, wenn der Server scheiße ist, dann sind auch die Planänderungen der KI scheiße. Deshalb ist es auch so, was mir zum Beispiel mal passiert ist, ähm, ich war auf einem wirklich frischen Server und dachte so, ah, Bounty Mission, nehm ich mit, flieg hin, flieg hin und werd in der Luft zersäbelt. und auf einem Scheiß-Server, da hast du halt dieses Ruckeln und grad so, dass er mit Glück trifft er mal irgendwie dich, aber sonst halt nichts. Weil, äh, die KI, die ist halt dann quasi massiv gehandicapt. Das ist wie, als würdest du nur einen Tastendruck oder eine Entscheidung pro Sekunde treffen können, so nach dem Motto. Das heißt, wenn ich die fliegen würde, wenn ich die KI wäre, dann ist, ich bin auch so gehandicapt. Ich bin auch so ein, äh, genau. Das heißt, an dieser Server-Frame-Rate hängt alles, was irgendwie mit Physik zu tun hat, alles, was irgendwie mit KI zu tun hat und natürlich die Kombination der beiden KI, die Physik Dinge tut. Ja. Ähm, das ist viel. So, und dann kommt noch dazu, äh, der muss ja dann auch Daten hin und her schieben. Also zwischen dir und anderen Spielern und der Datenbank. Das heißt, wenn dein Mubi-Glas schon nicht ordentlich aufgeht, der zweimal die Geste macht und es dauert, dann kannst du schon denken, oh, da ist der Server jetzt schon am Rödeln. Weil, sowas kann auch asynchron passieren. Also das ist dann quasi nicht an dieser Framerate dran. Aber der Server ist so beschäftigt, diese Framerate oben zu halten, dass selbst das, was an dieser, was asynchron passieren kann, was quasi nicht jetzt in diesem Status-Update drin sein muss, sondern was so eine Anfrage an die Datenbank ist, Ja, das kommt dann, okay, es ist priorisiert nicht so wichtig, genau, das läuft quasi außerhalb vorbei. Wenn das schon nicht ordentlich funktioniert, dann kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass der Server zu beschäftigt ist, diese Framerate oben zu halten, als dass er dir sofort deine Infos aus der Datenbank liefert. Genau, das heißt, an dieser Server-Framerate hängt indirekt dann auch so Mubi-Glas aufmachen und so dran. Das ist zwar nicht direkt drin, aber wenn der Server zu beschäftigt ist mit diesen ganzen Physik- und KI-Updates, dann hat er nicht die Zeit, geht dir nebenher auch noch dein Mubi-Glas reinzuladen. Das heißt, die, die da hinten kämpfen und viel oder viel priorisierte Datenströme produzieren zwischen den ganzen Akteuren, diese ganze Informationsaustausch-Geschichte, die KI bewegt sich irgendwo, laufen drei Leute rum, wird ja dann auch gerendert, da passiert viel und die weniger Priorisierten gehen dann auch in den Keller. Nein, es ist nicht weniger priorisiert, es ist halt einfach voll ausgelastet, da ist sozusagen die Server-Instanz halt einfach, die hat nicht mehr Rechenleistung über. Es ist tatsächlich in einem Spiel, wenn alles läuft, eigentlich nicht so, dass das jetzt irgendwie, wenn zwei Leute irgendwo kämpfen, bei dir das Mubi-Glas nicht ordentlich aufgeht. Also das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Da ist dann eher sowas wie, eine 890 hat sich in den Boden gebohrt und das ist dann sowas, wo dann die Physik mitberechnung durchdreht und das ist dann was, was wirklich ein Server in die Knie zwingen kann. Aber es kann auch zugemüllt werden. Also NPCs, die irgendwo gespawnt werden, die nicht rausgeladen werden. Gut, das ist jetzt, ähm, kommt immer ganz drauf an, aber, oder, oder, quasi, je komplexer dieser Zustand der Spielwelt wird und je, je schlechter der Server da wieder aufräumt, umso langsamer läuft's, weil quasi immer mehr Müll rumliegt. Idealerweise ist es dann so programmiert, dass dann zum Beispiel die KI dann sozusagen einfach rausgeladen wird. Ne, in Zukunft soll dann so dieses Quantas-System dann sagen, okay, wenn die KI grad nicht tatsächlich existiert, dann macht das Quantas-System das und schickt die quasi virtuell rum und wenn man sie braucht, dann kriegt der Server die und dann macht er sie physikalisch, so nach dem Motto. Ne, wenn du dann von einem Piraten überfallen wirst, weil der Server das gesagt hat, dann wird der reingeladen und der Server macht dann wieder den NPC und wenn keiner um den NPC rum ist, dann wird er wieder rausgeladen und es wird nur so geschaut, wo müsste der jetzt ungefähr sein. Genau, aber dieses Zumüllen des Servers und dieses immer schlechter werden liegt halt eben daran, dass der Zustand immer komplexer wird, dieser Zustand der Welt und dass die Server halt einfach noch nicht damit darauf klarkommen. also die die sind nicht darauf optimiert, diese aktuelle Welt am Laufen zu halten, weil sie eben noch nicht mal an dem Punkt sind, wo dieses Server-Meshing funktioniert und was dieses Server-Meshing an diesem Zustand ändert, daraus will ich jetzt quasi raus. Denn ähm äh die Spielwelt ist groß, viele Dinge passieren, Spieler tun Dinge, Server-Frame-Rate geht in den Keller. Ja. Darum ist es manchmal, nicht immer, aber manchmal so, wenn man auf dem Server ist mit weniger Leuten, läuft's besser. Wenn viele Leute drauf sind, läuft's schlechter. Ja. Ähm Server-Meshing nimmt jetzt eben diese Welt und teilt sie auf, sodass quasi ein Server diesen ganzen Logik-Kram nicht mehr für alles machen muss, sondern nur noch für diesen Bereich. Und dadurch wird sozusagen diese Logik-Frame-Rate höher sein und das Spiel eher laufen wie auf einem neuen Server, weil eben äh 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 ähm die sich um weniger kümmern müssen. Mhm. Und ja. Die Server, die dann sich die ganze Leistung teilen, werden die dann auch reingestreamt quasi, also dazu gebucht äh äh im Falle von hoher Load. Ich stell mir jetzt vor, wir haben ja so Sachen, wir haben ja diesen Event gehabt oder diese Events gehabt, diesen Kill-Event, mal davon abgesehen, aber hier äh 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 mit den Wandu, äh mit den, mit den, ach Alien, Hassan, wie heißt der nochmal? Äh, Tid, Hilfe, Xenos-Thread, Xenos-Thread-Event, wo sehr viele Leute auf einem Haufen waren, wo sicherlich mehr gewesen wären, wenn mehr Spieler pro Server gegangen wären. Ähm, wenn solche Sachen passieren und äh, sagen wir mal, Angriff auf Stanton oder keine Ahnung, was auch immer passiert, äh, würden diese Server, also wie wir schon gesagt haben, würde diese Server-Meshing ja dynamisch dazu, äh, das heißt, das würde gar nicht, wenn du das so sagst, würde das nur Server, kann man das auch als Server Erweiterung, Server zusammenstecken, jetzt mehr Rechenpower? Also mal angenommen, da würde dann sozusagen, das, das Areal würde aufgeteilt werden und eine Hälfte übernimmt der eine Server, die andere Hälfte übernimmt der andere Server und die laufen dann parallel und schieben sich das, was hin und her fliegt, halt zu. Also da würde man dann vermutlich, äh, den Kampfbereich in einen Server packen und die ganzen Wracks außen rum in einen anderen Server, sodass sozusagen der Kampf von einem Server gehandhabt wird und die ganze Physik, die da drin hängt und alle, die jetzt irgendwelche explosiven Kisten sich gegenseitig in die Fresse schmeißen, die von einem anderen Server gehandhabt werden. Wäre das jetzt, ich bin ja ursprünglich, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, davon ausgegangen, dass es sich dabei um Ort handelt, also, äh, Koordinate, äh, XYZ und der Server kümmert sich darum. Ähm, jetzt ist, da wollte ich eigentlich darauf hinaus, ist es möglich, dass der gleiche Ort von zwei, drei, vier Servern befrühstückt wird und die sich unterhalten oder ist das eher wirklich so der Ort, der Ort, der Ort? Ich teile den Würfel in vier Teile. Dadurch, dass, du müsstest ja dann zwischen den Servern kommunizieren, wer macht was und wenn dann so Kollision oder so, das wäre, da wäre der Kommunikationsaufwand viel zu hoch, was dann eben tatsächlich gemacht werden würde, ist, wir haben zwar ein großes globales Koordinatensystem, aber in dem sind viele kleine lokale Koordinatensysteme, also sprich, unser Sternensystem hat den Nullpunkt in Stenton oder so. Hm. Ne? Und dann haben wir aber ein kleines Koordinatensystem mit dem Nullpunkt in A-Corp und so weiter und das kann man eben runter exerzieren bis zu dem Punkt, wo man sagt, ein Schiff hat einen Nullpunkt irgendwo. Ja. Und das sind dann sozusagen diese Object-Container, die haben sozusagen ein Object-Container oder auch immer ein eigenes Koordinatensystem, das könnte man dann eben, wenn alles läuft wie geplant, dynamisch eben zuweisen. Also richtig krass wäre es, wenn sie es halt hinkriegen, dass man sagt, okay, der Innenraum einer Idris läuft auf einem anderen Server wie alles drumrum. Das wäre dann so das Ziel quasi. Ja, okay. Weil sozusagen der Referenzpunkt für alles, was in dieser Idris passiert, ist ja die Idris. Ja, ja, genau. Das heißt, wenn die Idris einen Schlag kriegt, kriegt auch alles im Innenraum quasi den gleichen Schlag. Ja, geil. Das heißt, man könnte dann einfach, könnte der Server sagen, hey, ich bin Außenserver, die Idris ist gerade gerammt worden von einem Irren in der Hammerhead. Und zwar mit folgendem Vektor und folgender, ja. Genau, hey, du Server innen drin, berechne mal diesen Schlag auf alle deine Dinge drauf. Und töte mal alles, was da ist. Genau, und wenn die Hammerhead explodiert ist und keine Gegner mehr außenrum sind, dann sagt so der Server außen, hey, ich hab nicht mehr genug zu tun, ich schalte den Server innen jetzt ab und schnapp mir die Idris wieder komplett selbst. Das ist so das Ziel von dynamischem Server-Mashing. Ob es so funktionieren wird, müssen wir abwarten. Das wäre dann bei großen, bei großen Objekten wie der Idris oder der Kraken oder so, wäre das sicherlich sinnvoll, glaube ich. Genau. Das wäre natürlich fett. Das wäre natürlich fett. Und statisches Server-Mashing wäre halt quasi im Gegensatz zu diesem dynamischen, wäre halt, man hat den Raum einfach immer in feste Größen unterteilt und die können sich nicht ändern. Da können die Servers sich dann zuschubsen, so hey, mach mal du diese drei lokalen Koordinatensysteme, diese Ecke vom Wörs und ich mach diese Ecke vom Wörs und wenn wir beide nichts genug zu tun haben, macht einer von uns beiden die zwei Ecken vom Wörs. Also das ginge, dass man sagt, statische Größen. Aber das ist jetzt sozusagen der Clou an dieser Logik hinter dem dynamischen Server-Mashing ist halt wirklich dieses Aufteilen. Aber wie gut das dann funktioniert und wo dann so dieser Sweet-Spot ist, weil es macht ja dann keinen Sinn, wenn jeder Raum in der Idris einen eigenen Server hat, weil die müssen dann alle kommunizieren und Ding und das wäre dann zu viel Kommunikation, würde auch wieder die Leistung langsamer machen. Das ist alles, was wir abwarten müssen. Okay, jetzt mach mich doch mal nicht traurig, so wie sich das anhört. Wann bekomme ich denn, also wie wird die Iteration sein, wann bekomme ich denn mal mehr als 49 Mitspieler auf den Server? Wann, wie, ab wann geht's los? Sobald Server-Mashing da ist und die statische Server-Mashing da ist? Weil dann können sozusagen 50 Leute auf ArcCorp sein, 50 Leute auf Ding und wenn sich alle treffen, dann wird ein Areal eventuell wieder ein bisschen in die Knie gehen, aber es sollte dann möglich sein, irgendwie. Okay, ja. Weil dann sozusagen, wenn du jetzt sagst, okay, ein Server kümmert sich um ArcCorp und einer kümmert sich immer um Crusader. Da wäre schon mal ein Riesenfortschritt, ja. Genau, selbst wenn dann alle Leute von Crusader nach ArcCorp rüberkommen, muss der ArcCorp-Server immer noch nicht die NPCs von Crusader machen. Das heißt, das sollte dann schon helfen. Verstehe. Genau. Und dafür brauchen wir iCache als Datenvermittler, als Datenvorhaltungspunkt, auch für die Mesh-Server, auch und gerade für die Mesh-Server, sowie auch für die Clients, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Clients werden ja auch von iCache bespielt, oder? Ja und nein. Also der Punkt ist quasi, die Server verbinden sich untereinander, reden miteinander und so, aber iCache ist die Komponente, die auch dafür sorgen muss, dass kein Müll in der Datenbank landet. Ja. Die Server ist untereinander eventuell nicht geregelt kriegen. Irgendjemand muss dafür sorgen, dass es Müll ist. Ja. Dann würden die ganzen Server doch mit, die Server sprechen auf jeden Fall mit dem iCache-System. Genau. Was ja auch nur Server sind, die in einem intelligenten Caching superschnellen RAM, superschnelle CPU, superschnelle Systeme, das alles abfrühstücken. Der Job von einer iCache-Maschine ist nicht, die Physik am Laufen zu halten, sondern die Datenbank abfragen zu verschnellen. Genau. Und wenn halt ein Spieler eine Anfrage an einen Server stellt, von wegen, hey, ich mache mein Mobiglas auf, zeige mir mal bitte meine ganzen Schiffe, Schiffe, dann landet die halt bei iCache. Aber ich denke nicht, dass da eine direkte Kommunikation stattfinden wird, weil das ja alles, dass Citizen alles physikgebunden ist. selbst wenn der Server sie nur weiterleitet, wird sie immer über den Spielserver laufen, einfach weil das alles in diesem Physikbereich drin ist. Die Katze macht gerade Alarm. Gibt es noch eins? Okay, ich hatte jetzt ernsthaft gedacht, der Client würde auch schon, auch mit dem iCache sprechen. Okay. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, weil wenn du nämlich dann alle Spieler einzeln mit dem iCache reden, dann muss der iCache ja quasi auch wieder Autoritätszuweisungen haben und die Anfragen von einem Server sind ja immer gebündelt. So ein Server kann ja die Anfragen bündeln. Wenn jetzt Spieler 1 angucken will, wie viel kostet dieser Burrito und Spieler 2 will angucken, wie viel kostet dieser Burrito, dann musst du die Anfrage ja nicht zweimal in den iCache reinballern, sondern die Anfrage landet beim Server, der guckt einmal nach, wie viel kostet dieser Burrito und gibt es an beide Spieler wieder raus. Zu viel. Kommt genauso raus, wie er reingeht. Es gibt noch einen Punkt, den ich noch loswerden wollen würde zum Thema Ruckeln. Ja, hau raus. Vor allem, wenn Physik Dinge ruckeln. Ja. Oder so KI ruckelt. Ja. Und dann, das ist quasi so dieses, okay, Physikberechnung schwächelt. Aber manchmal springen die ja auch. Manchmal hüpfen die so ein bisschen in der Gegend rum. Vor allem in den Schiffen. Also nicht die KI rumläuft, sondern die KI in Schiffen. Genau. Das hängt dann damit zusammen, der Client, der will dir ja Dinge anzeigen, flüssig. Und nicht so, wie der Server es ihm gibt. Was der Client also macht, ist, anhand des, also, der Server hat die Physik immer am Laufen, weil der Server hat immer Recht, weil sonst könnte ja jeder machen, was er will. Darum hat der Server Recht. Und darf nicht sein, sonst, das ist auch Cheat Prevention und so weiter. Aber der Client, der will es dir alles flüssig anzeigen. Das heißt, was der macht, wenn der keine Infos vom Server bekommt rechtzeitig, dann fängt der auch das Raten an. Der rät dann selber, anhand seiner Berechnung, berechnet der dann selber, wo müsste der denn jetzt sein, wenn der weiterhin Gas gibt. Weil die Änderung kommt ja vom Server. Und, ähm, äh, das ist auch noch was, wenn der Server dann die Infos liefert, dann korrigiert der Client, weil er sagt, oh, da lag ich wohl daneben. Und das ist dann, was dieses Springen verursacht. Also, wir haben nochmal eine zusätzliche Ebene Ratespiel on top of den bereits existierenden Ebenen Ratespiel. Das ist auch was, was in Zukunft durch bessere Server Framerate verschwinden wird. Denn, äh, man kann das anpassen. Man kann dann sagen, okay, der Client, ähm, wie selbstbewusst rät der Client quasi. Ah, okay. Und man kann das quasi sozusagen ein bisschen anpassen, dass man dann sagt, okay, der Client hat jetzt sich um zwei Millimeter verschätzt. Dann ignoriert man das und berechnet aber die nächste Prognose dann mit den neuen Daten. Das ist okay, wenn sich der Client wirklich nur um zwei Millimeter verschätzt. Das heißt, er kann dann sehr selbstbewusst sagen, okay, ich lag um zwei Millimeter vorbei, aber die neue Position mache ich jetzt mit den richtigen Daten. Wenn aber der Server nur alle zweimal pro Sekunde ihm Daten liefert und der Client ganz selbstbewusst sagt, hey, der fliegt jetzt die halbe Sekunde Vollgas weiter und der Server sagt, nee, dann kommt es zu diesem Springen. Das könnte man vermutlich auch optimieren, indem man halt sagt, okay, der Client ist ein bisschen vorsichtiger und Ding und, ne? Das ist nicht ganz so große Auswirkungen hat, ja. Genau, aber dieses, das zu optimieren bringt ja nichts. Weil wir wollen ja nicht für zwei Logikframes pro Sekunde optimieren. Wenn wir optimieren, wollen wir für die Logik-Frame-Rate optimieren, die wir haben wollen. Deshalb ist es quasi auch noch so, dieses Springen, nicht nur das Ruckeln, sondern das Springen, könnte auch wesentlich weniger werden, wenn die Server-Frame-Rate besser ist. Ach, dein Ohr in Gottes Wort oder andersrum. Die, äh, wie viel, wie teuer ist so was auf dem Client? Ähm, wenn, wenn der Client jetzt quasi, äh, äh, da entlastet wird und nicht mehr so viel raten muss, werden die PCs zu Hause dann auch mehr Leistung, natürlich werden die mehr Leistung, aber, wird das spürbar sein oder ist das eher so, mäh? Äh, da ist es, das ist tatsächlich weniger eine Leistungsgeschichte, sondern mehr eine, wenn du halt deine Vorhersage nicht mit Daten machst, die hoffnungslos bereits outdated sind zu dem Punkt, wo du sie kriegst, dann kann deine Vorhersage ja einfach nur falsch sein. Ja, klar, aber wenn du jetzt, äh, äh, Aktien vorhersagst mit einem Kurs von vor einem halben Jahr. Das ist halt so. Ach, das nicht, das soll ich nicht, soll ich, soll ich vielleicht. Genau, und, ähm, diese, ne, aber wie viel Leistung, also Leistung, Leistungsmäßig ist das eher zu vernachlässigen, jetzt wenn, 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 da spielen andere Dinge mit rein. Klar ist doof, wenn der Client diese Vorhersage so lang machen muss, aber da spielt dann eher rein, für wie viele Objekte er machen muss. Also sprich, wie viel da auf einem Haufen passiert und wie sinnvoll das Ganze ist und wie der die im Boden steckende 890, äh, das wird ja dann auch vom Client, der muss ja dann auch eine Vorhersage treffen. Äh, was passiert jetzt mit dieser im Boden steckenden 890? Ne, manchmal, manchmal, äh, 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 zieht das ja dann schon die Performance runter. Das ist dann eher mehr, was die Performance frisst, anstatt, anstatt, äh, das, das, das Vorhersagen an sich. Okay. Genau. Aber da gibt's tausende Stellschrauben. Nimmt man da jetzt, nimmt man da jetzt das Verfahren, nimmt man das Verfahren, nimmt man dann Rungekutter, vierter Ordnung oder bleibt man bei Midpoint oder wie auch immer. Also, da gibt's unendlich viele Stellschrauben, was Performance angeht. Es macht halt nur aktuell wenig Sinn, weil wir ohnehin nicht, weil die, die, die Logik ohnehin, also, äh, bringt nichts, das jetzt, jetzt auf die, die Logik FPS zu optimieren. Vor allem, weil bei einem frischen Server hat man's ja. Da läuft's ja smooth, da läuft's ja sauber. Da sind die, ist die KI auch ziemlich gefährlich, möchte ich sagen. Und da wollen wir ja hin. Und wenn, 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 wenn Server Meshing den Servern mehr Luft gibt, wenn wir stabileren Server Code haben, also sprich, wenn sie aufhören, da eine Operation am offenen Herzen durchzuführen, dann können sie eben auch anfangen, da mehr zu optimieren und dann sollte es einfach insgesamt runterlaufen. So. Die, das war jetzt mein Zettel komplett. Ehrlich, das ging jetzt aber flott. Aber macht dir keine Sorgen, ne? Ich hab's auch angefangen. Ich hab's absichtlich sehr, sehr, sehr versucht, simpel zu halten. Sehr gut, sehr gut. Wir können gleich nochmal mit dem Blatt und der Berechnung machen. Das fand ich ganz interessant, aber da war, äh, ähm, die Frage, die ich habe, bezüglich Server Meshing jetzt von mir aus, da sind wir schon, da bin ich öfter mal drüber gestolpert und da gibt es, gehen die Meinungen auseinander. Ähm, die Idee ist ja, und korrigiere mich, wenn ich, oder korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich hab's auch schon mehrfach gesagt, die Idee ist ja, äh, Chris Roberts will ja ein Spiel machen, ein Universum für alle. Mhm. Und die, ähm, Probleme, die wir jetzt haben, sehen ja momentan, oder sagen wir mal, den Status, den wir jetzt haben und dieses immer wieder weiter auszögern, den wir immer noch mit 50 Leuten und so, das Problem mit dem Meshing, du hast das schon erklärt, ähm, lässt jetzt viele Grund, Grund zur Sorge haben, oder viele, äh, sagen, ja, wir werden einen Server kriegen, aber einen für USA, äh, oder Nordamerika, einen für Südamerika, einen für Europa, einen für, äh, Australien, einen für Asien. Und da werden sich dann fünf Welten auftun, die man quasi wie jetzt schon auch wählen muss, aufgrund des Pings, der Geschwindigkeit und so weiter. Ich sage, der Grundgedanke war, und ich meine es gehört zu haben, zentral irgendwo in Europa einen Galaxy-Server aufzusetzen, an den die Spiellogik andockt. Das ist allerdings, das ist allerdings sechs Jahre her, oder so, dass es mal irgendwie so eine Geschichte, oder sieben, dass es mal sowas gab, wo sich die Server aufgrund ihrer schlechten Ping-Zeiten zu ihren Clients gegenseitig Informationen austauschen, mit Hochverfügbarkeitsinformationen. So, ich sage, ich möchte, mein Wunsch von uns allen, ein Universum für alle. Viele sagen, nein, das ist, das kann nicht sein, das wird nicht möglich sein, das ist bei allen anderen Spielen auch nicht so. Du hast Nordamerika, Europa und so weiter. Wie siehst du die Geschichte? Schwierig. Also der Punkt ist, was auf jeden Fall möglich ist, was ja auch schon Spiele machen, ist so ein bisschen so quasi eine Datenbank für alle. Also sprich, Preise, die sich für alle gleich verhalten und so. Was du ja willst, ist quasi sozusagen dasselbe, ist quasi Physik. Also sprich, wenn ich jetzt in Australien in die G-Fuel-Dings-Drive-Bar da reingehe, G-Log, G-Log. Genau. Und der aus Nordamerika sieht dich da sitzen. Ja, dass die sich dann sehen. Dass es keine Instanzen gibt vom Universum. Sagen wir mal so, das verstehen ja viele. dass es keine Universum-Instanzen gibt. Das Problem ist natürlich dabei, der Nordamerikaner und der Australier sind sehr weit auseinander oder auch der Europäer. Die sind so 100 Millisekunden, 50 bis 100 Millisekunden, wenn es schlecht läuft, 300 Millisekunden auseinander. Ja. Und wie Also ja Wie kommen die zusammen? Schwierig. Dass die nicht so desyncs sind. Es wird auf jeden Fall zu Beginn sehr wahrscheinlich erst mal diese einzelnen Areale, einzelnen Welten geben sozusagen. Einfach weil das der erst mal so dynamische Server-Meshing zum Laufen bringt und dann Ding. Es gibt Möglichkeiten, das zu mitigieren. Also sprich, dass man sagt, okay, es ist nicht, dass der Australier, wenn der jetzt in die Bar geht, wo drei Amerikaner sind, dann zu dem Server nach Amerika verbindet. Sondern, dass man dann sagt, okay, sowohl die Amerikaner als auch die Australier. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil da ist in der Mitte nur Wasser. Worauf ich raus will, dass halt die einen Server in die Mitte verbinden, wo dann vielleicht nicht einer 50 Millisekunden Ping hat und der andere dann 300 Millisekunden Ping, sondern beide haben irgendwie 150. Das wäre eine Möglichkeit, was zum Beispiel bei, glaube ich, so Strategiespielen dann oft gemacht wird, wenn da Leute gegeneinander spielen, dass man den Server in der Mitte nimmt, damit es zumindest fair ist. Man kann natürlich dann auch, ja, also, also meine, meine, mein Gehirn sagt mir, irgendwann ist mal sowas gefallen, wie es gibt einen Galaxy-Server, der die, das habe ich auch gehört, ja, der die Sachen verbinden soll und, oder, der über mega kurze, mega schnelle Verbindungen zwischen den Kontinenten die Server-Farm verbindet von Amazon, also die Server, also wirklich die Spiel-Server-Farm verbindet, weil du dann mit deinem Client, sagen wir mal, du hast einen Ping von 20 und die Dinge haben zum Galaxy-Server einen Ping von 15. Ja. Ja? Ich habe zum Beispiel schon mal in der Uni im Computerraum gezockt und die sind quasi direkt an den Internet-Backbone angeschlossen und da ist der Ping dann, selbst beim Online-Server, wenn die in Frankfurt stehen oder so, war es quasi irgendwie null oder eine Millisekunde. Also, gibt schon schnelle Internetverbindungen und wenn eine, ein Unternehmen es sich leisten kann, so viel Backbone sozusagen selbst zu bauen oder zu mieten, dann ist es Amazon. Na, die können, die haben überall Server stehen, die können überall geile Verbindungen hinhaben. Das ist aber wiederum, da kommt es dann auch zum Beispiel auf den Deal an, den CIG mit Amazon hat. Ne? Und die Kosten, weil es kann ja sein, dass es zwar theoretisch möglich wäre, aber zu teuer ist. das ist leider was auch theoretisch möglich. Scheiß auf Geld, wir haben die Kohle, wir kaufen noch Schiffe. Ist es möglich, dann ist es möglich, ist es möglich, dass die ganze Welt in einem Star-Sixen-Universum spielt. Und ich will es gerne. Von der Spiellogik her ist es möglich. Von der Hardware, wenn du genug Geld drauf raufwirfst, ist es bestimmt auch irgendwie möglich. Es ist halt ein Kosten-Nutzen-Aufwand und ich kann dir nicht sagen, ob es realistisch ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, machen wir nochmal 200 Millionen drauf, dafür ist auch egal. Dann hauen wir raus. Wir legen, die Community legt so eine Leitung, da schicken wir hier den Chat los mit dem Boot. Eine Sache, die ich vorhin ja schon ein bisschen angeschnitten habe, es muss nicht korrekt sein. Es muss nur richtig genug sein, dass du, dass es die Version nicht zerstört. Also wenn du jetzt, wenn du die Granate durch eine Tür werfen willst und die fliegt dir ins Gesicht, obwohl sie mitten durchging, ist es scheiße. Wenn sie aber vom Türstock abprallt, selbst wenn sie es nicht hätte sollen, wenn es so aussieht, als würde sie abprallen, ist es okay. Dasselbe gilt natürlich dann auch für Spieleinteraktion. Mit einem Großteil der Spieler interagierst du ja nicht. Selbst wenn die neben dir in der Bar sitzen, das ist ja egal, ob die 500 Millisekunden Ping haben oder nicht. Das ist halt was, was ich sage, okay, wenn CIG es möchte oder wenn irgendein Spielentwickler, das ist rein hypothetisch, dann kann man das ja immer noch so machen, dass dir sozusagen die Spieler nicht vorenthalten werden, sondern solange du nicht direkt mit ihnen interagierst, werden sie dann einfach mit dieser halben Sekunde Versatz angezeigt. Weil brauchen wir ja nicht schneller. Weil ob der jetzt seinen Drink so runterkippt oder ob er, kurz warten, und ihn dann runterkippt, ist dir ja egal. Du weißt, dass es eventuell ein Spieler ist, dann könnte man das eben so machen, sobald du mit dem interagieren willst, dann wird da eben für nur diese Interaktion dann die schnelle Verbindung benutzt, vielleicht ein Server zwischendrin benutzt. Ja, sowas kann man, das kann man machen. Naja, das ist halt so dynamische Server-Mashing-Bereiche hin und her schieben und so, das ist halt dann, wo es wild wird. Wo man dann sagt, okay, Webseiten machen das vielleicht schon, die keine Physik simulieren haben, sondern einfach eine Webseite mit irgendeinem Formular. Die schieben dich schon bei sowas dann eher hin und her. Oder wenn du in einem Discord-Server den Server umstellst, ist ja auch so, zack, und Server umgestellt, ohne dass jetzt bei jedem der Discord neu startet. Es ist halt eine Herausforderung und es macht halt keiner, weil es viel zu aufwendig ist für das, was Spiele halt bisher, es lief halt bisher auch immer so. Wir Spieler sind ja trainiert, diese Gamefizierung auch zu akzeptieren. Da wunderst du dich dann nicht. Also das ist halt so was, wo man halt sagt, okay, aber das ist halt auch das Theoretische. Ja, geht vieles durch. Wo wir sagen, okay, wo das Gehirn dann einfach, ja, ja, kenne ich schon, ist, passiert schon mal. Und das ist ja ein Punkt, wo man sagt, ein Publisher würde das niemals finanzieren. Aber CIG, wenn, könnte sich halt einfach dran setzen und es versuchen. Ja. Ob sie das tun sollten, sehen wir dann. Ja. Ob sie es jetzt tun sollten, definitiv nein. 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 Also, dass wir, dass wir erst mal, wenn wir statisches Smashing kriegen, das heißt, ich fasse nochmal zusammen, für mich als Techie, für, äh, Crusader kriegt ein Block, der wird von einem Server verwaltet. Yela, weil da viele Orte sind, kriegt ein Block, der wird von einem Server verwaltet. Äh, Ariel und, äh, der andere Monter neben Everdeen kriegen einen Server, den der verwaltet, meinetwegen, oder, 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 weil da nicht so viel los ist, weil da, ne, und sofort und sofort. Auf, kontinentalen Instanzen. Genau. Mit, tja, wird, wird denn, wird denn die Entlastung so groß sein, beim Server Meshing, dass wir, wenn wir das statische Meshing bekommen, dass wir dann mehr Spieler draufkriegen, als jetzt nur mit einem, einem Server, es sind ja mehrere dahinter, aber, wird, wird, äh, überproportional mehr Spieler auf so einer System, äh, du weißt, was ich meine. Wenn die, das, das kommt, das kommt drauf an, was CIG denn da tun will. Also, ich würde sagen, ein Server, ein Server 50, ein Server 50 Leute, drei Server 500 Leute. Ist das, passiert das? dann? So, um das nochmal zu erklären. Ähm, das kommt ja ganz auf die Aufteilung drauf an. Also, sie können, sie können, sie können ja, ähm, also, ich gehe davon aus, dass sie die Leistungsgrenzen pushen werden, weil zum Beispiel, als Client-Site-Object-Container-Streaming reinkam, äh, lief es zwischenzeitlich mal sehr, sehr gut, ne, dann kam Hörsten rein, okay, und zack, boom, Microtech, Aqua, andersrum, Aqua, dann Microtech, sie haben ja gleich wieder alles voll geballert. Also, kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann, sobald sie statisches Server-Meshing haben, die Server auch wieder gleich voll ballern, weil sie es halt können und noch nicht am Ende der, der Entwicklung angekommen sind, wo sie hinwollen. Aber das kommt dann auch ganz drauf an, was sie tun, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt einen Server für alles, was um Crusader rum ist, einen für alles, was um Hörsten rum ist, einen für alles, was um Aqua rum ist, einen für alles, was um Microtech rum ist, da müssen die natürlich auch bedenken, was passiert, wenn jetzt diese 500 Spiele alle auf Microtech gehen. Ja, ja. Dann können sie sagen, okay, die Rechnung wird vermutlich, zumindest jetzt am Anfang, ne, zur weiteren Zukunft konnte ich das nicht so genau sagen, aber am Anfang wird quasi sein, ein Teilserver, ähm, die werden das so ausrechnen, äh, sozusagen, wie viele Spieler können auf einen dieser Teilserver? Jetzt können, nehmen wir mal an, jetzt können auf einen Server 50 Leute. Okay. Dann kriegt der Server einen Leistungsboost, weil er sich nicht mehr um alles kümmern muss und das wird dann aufgefüllt mit, so viele Spieler können da dann mehr drauf. Aber wie viel das genau sein wird, hängt davon ab, wie groß sie diese Server machen, wie stabil es läuft, wie Ding, ähm, das, also, das kann ich so wirklich, wirklich nichts sagen. Also, sie können es dann natürlich einfach, äh, proportional hochrechnen, überproportional hochrechnen oder es wird tatsächlich einfach weniger steil nach oben, gehen. das hängt ganz von der Umsetzung dann darauf ab und ich hab keinen Zugriff auf den Code, äh, ja, na klar, noch nicht, noch nicht, äh, noch nicht. Die Last muss verteilt werden, aber Spieler verteilen sich ja nicht immer. Hm. Ne? Die können dann sagen, okay, ähm, äh, wir machen jetzt auf einen Server machen wir 500 Leute drauf, aber sobald 400 auf denselben Planeten gehen, stürzt der Planet ab. Ihr seid doof. Aber dann wären 500 Leute auf dem Server, solange sie sich verteilen. Keine Ahnung, wie es am Anfang funktioniert. Okay. Also es ist harter, harter Tobak. Ich kann noch mal sagen, ich war ja, äh, auch bei, in, in Frankfurt, äh, mal und, äh, ganz interessant, ich hab's, ich hab's, ich hab's schon erwähnt, da kriegt man ja so Führungen angeboten, dann sind wir da durch die Räume gelaufen, und dann gibt's da so ein Flur, so ein Korridor, durch den man läuft, ich hatte dir auch schon mal erzählt, und links und rechts zwei Türen an dem Flur, und er, da gehen wir nicht rein, sagte der Brian Chambers, äh, oder beziehungsweise der Ulf war, glaub ich, da, äh, wir können überall rein, nur da dürfen wir nicht, ja, warum? Weil da die Netzwerktechnik, weil da die Netzwerkprogrammierer drin sitzen und die Hardcore-Developer, die quasi am Code rumschrauben. Ähm, warum, warum glaubst du, dass die Sachen so schlecht, so was wir jetzt besprechen, oder warum, warum wir immer nur, ähm, Rüstungen zu sehen kriegen, die die Designer machen? Ich meine, der Mensch ist ja natürlich ein Augentier, aber da draußen gibt es ganz viele Leute, die sich für, da interessieren, was dahinter passiert. So eine Roadmap ist ja, auch viel raten, und viel geschönt, und, und viel irgendwie, irgendwie zusammenge, warum kriegen wir, zum Beispiel Bugsmaschers früher, ja, diese, äh, diese Serie mit dem Avent, die war ja extrem gut, warum auch immer die eingestellt worden ist, weiß ich nicht. War sehr, sehr beliebt, äh, bei der ganzen Community und so fort. Warum glaubst du, ähm, werden da die Developer verschont, vor, äh, ist da, kriegen wir da nichts raus, weil das einfach zu kompliziert ist? Oder werden die da echt zurückgehalten, damit die da nicht ins, ins Rampenlicht gezerrt werden, weil da gehen ja schon immer, mal wieder, äh, äh, Shitstorms los, wegen jedem Scheiß, und dann werden Leute angegangen, das Spektrum ist ja sehr unfreundlich teilweise, ich weiß, dass Programmierer zarte Pflänzchen sind, so wie ich auch, ja, ähm, und das nicht gut haben können, wenn da Leute, äh, denen über die Schulter gucken, also die Programme, ich meine jetzt nicht die Grafiker, sondern die Programme, was meinst du, warum, hast du eine Idee, warum da, wir so wenig, in Deep schauen dürfen, warum das alles so geheim ist, oder warum da so wenig nach draußen kommt, äh, weißt du, was ich meine? Bugsmash, das ist ein Sonderfall, weil du musst es erst, man muss erst mal einen Bug finden, dann muss man ihn fixen, dann muss man im Nachhinein aufbereiten, was der Bug war, der fix muss schnell gehen, man muss, also das ist einfach sehr viel Produktionszeit, die da in so ein Video reinfließt, also kann ich mir, also das ist so ein Sonderfall, ne, jetzt so zu dem ganzen Technikding, ähm, wenn ich zu dir jetzt sage, wenn ich zu dir jetzt sage, da ist ein Concept Artist, der jetzt was malt, ja, dann, Concept Artist ist dir vertraut, auch schon vom Film, bevor man jetzt Einblicke in Spiele hatte, und so, da weißt du sofort, okay, das ist das Konzept, das ist das Ding, da kannst du auch so Teilfortschritte zeigen, oder interessante Dinge zeigen, oder so, ja, wenn ich dir jetzt irgendwelche Prototypen zeige, von Dingen, die funktionieren, oder nicht funktionieren, oder die nur so funktionieren, dann kommt da viel eher die Frage auf, ja, warum ist es noch nicht im Spiel, wenn es schon funktioniert, ach so, meinst du deswegen, das ist so, das ist so dieses, diese Übersetzung von Entwickler zu Spieler, und von Spieler zu, wirklich Programmierer-Entwickler, ist unglaublich hart, also, zum einen, weil du als, wenn du als Programmierer mal drin bist, sehr dieses, dieses logische Denken drin hast, also, ich war mal für zwei Semester Tutor für Programmieranfänger an der Uni, also wirklich die absoluten Anfänger, da waren dann BWL-Studenten dabei, die es als Wahlfach genommen haben, und keine Ahnung von Programmieren hatten, du denkst einfach ein bisschen anders, du denkst eher, wie so, wie so auch so Mathematiker denken, in, 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 in Teilproblemen, in Zwischenschritten, in Ding, und weniger in, in, in reinen Resultaten, in weniger, Meinst du nicht, das ist zugänglich, meinst du, das ist nicht zugänglich für, für die breite Masse? Ähm, Hover Mode. Informatik. Hover Mode. Da saß der, der Colson da, und hat schlecht erklärt, was das eigentlich ist. Ich denke nicht, dass der jemals erklären wollte, zack, das ist jetzt immer ein harter Übergang, in diesen Hover Mode. Oder zack, warum gleitet das Schiff zur Seite ab? Seine Erklärung, war ja im Endeffekt so, das ist jetzt sozusagen das Physikverhalten, wenn du zu 100 Prozent, zu langsam in der Atmosphäre bist. Aber das kam, kam nicht rüber, dass, also er hat es zwar gesagt, aber es wurde halt vollkommen ignoriert, dass es ein harter Übergang ist. Er sagte nur, wir haben jetzt quasi das eine Extrem, wir haben das andere Extrem, und aktuell ist es halt ein harter Übergang. Und er meinte dann, nur so ganz am Rande, so, ja, wir schauen dann, je nach Ding, wann der Übergang ist, und so, äh, und sowas wie, was weiß ich, IFCS haben sie jetzt so programmiert, dass man zur Seite abgleitet, weil IFCS die Höhe hält. Man hätte, wenn man mit dem geredet hätte, vernünftig, so die Spieler, so nach dem Motto, es wurde ja komplett Hovermorton in die Tonne geworfen. Man hätte aber zum Beispiel versuchen können, mit dem zu kommunizieren, hey, wir wollen nicht, dass IFCS die Höhe hält, wir wollen, dass es die Position hält. Das heißt, wenn du dich neigst, sorgt IFCS dafür, dass du in der Position bist, aber du fällst stattdessen dann gerade runter. Hätte man sagen können, hey, das wäre cooler, weil dann können wir uns ausbalancieren. Wenn wir zur Seite abrutschen, gerät man viel zu leicht irgendwo rein, wir sind alle keine Helikopterpiloten, wir können aber ausbalancieren, weil wir dieses Ding in der Mitte haben. Und wenn wir gleichzeitig mit ausbalancieren und Bremsen beschäftigt sind, weil wir zur Seite abgleiten, aber keine Höhe verlieren, ist doof. Das wäre, glaube ich, viel zielführender gewesen, mit denen so zu kommunizieren. Oder eben, aber es wurde halt quasi, weil er es halt nicht so rüberbrachte, so, das ist jetzt nur, sozusagen das eine Extrem, das Verhalten, das wir halt wollen, wenn du mal zu langsam bist oder nicht genug Schub hast, sondern es halt so, es wurde halt als alleinstehendes Feature verkauft. Sei es, weil es Marketing das als alleinstehendes Feature verkaufen wollte, sei es, weil er es nicht anders erklären konnte. Aber da finde ich, selbst wenn es nicht fertig war und es auch offensichtlich war, dass es nicht fertig war, war so diese Trendrichtung, wo es hingehen soll und was es aktuell dasteht, vollkommen aneinander vorbeikommuniziert. Ah, okay. Und das ist halt das Risiko immer, wenn du Entwickler und Spieler direkt aneinander stellst, dass die halt aneinander vorbeireden, weil die Denkweisen so unterschiedlich sind und weil ein Entwickler immer, ein Entwickler denkt systemisch und ein Spieler denkt erfahrungstechnisch, weil das ist, was bei ihm ankommt. Und man könnte das bestimmt hinkriegen, also das ist möglich, aber da müsste man wahrscheinlich extra nochmal jemanden einstellen, der zwischen Jared, Marketing und den Entwicklern sitzt und sowohl von Videoproduktion, Marketing und Entwicklung genügend Ahnung hat, dass er die drei verbinden kann. Und das wird dann richtig, richtig schwer, weil es reicht, das ist halt das, wo halt dann die, also ich gehe davon aus, es wäre möglich, aber aktuell gehen sie halt sehr auf Nummer sicher. Jared ist sehr gut als Moderator, aber so zum tatsächlichen Content aufbereiten, hat er zu wenig Know-how von der In-Deep-Tech-Entwicklung. Er hat einen Überblick, weil er es jetzt schon lange macht, aber so richtig so, ne, dieses richtige, arme Schmutzig machen bis zum Ellenbogen, als Programmierer, da hat er halt wenig Ahnung davon. Und das Marketing ist halt sehr besorgt um das Momentum. Das Marketing setzt alles daran, dass das Grafand das Momentum nicht verliert. und halt so diese Missverständnisse wie Hover-Mode, das kann halt jederzeit wieder passieren, wenn du Entwickler direkt, wenn du wirklich so, so umgefiltert ist. Ja, ja, wenn du die, ja, ja, richtig, richtig, richtig. Genau. Du brauchst theoretisch, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der es ausbereitet. Ich würde mich trotzdem, äh, äh, brennend dafür interessieren und wenn CRG, also jetzt mal, Visionen, ne, oh, Visionen habe ich viele, ja, nimm auch Tabletten dagegen. Visionen, äh, wir kriegen einmal die Woche, wir kriegen einmal alle zwei Wochen aus irgendeinem Ding, meinetwegen Server-Machine, einmal so jemand, der sich hinstellt und sagt, pass mal auf, wir sind jetzt gerade hier, wir haben jetzt hier 35 Server, die wir versuchen, in Cluster zusammen zu, und so, und unsere Probleme waren so ungefähr und das und das und das und wir arbeiten daran und wir haben schon ganz viel gelöst. Wenn mal jemand so erklären würde, so ein bisschen alles, was nicht Rüstung ist oder ein Mining-Gerät, was man fahren kann, wenn mal einer erklären würde, ich meine, das ist ja ein total spannender Prozess, für dich ja auch, du holst dir die Information, so wie es geht, wir können ja nicht tief nur noch reingucken, ja, aber ich hätte so viel Spaß da dran und ich denke, da draußen sind viele Techies und IT ist ja jetzt auch nicht, fällt ja jetzt auch nicht vom Baum, sondern das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ich hätte echt Bock da drauf, wenn das mal einer aufbereiten würde und ich finde es so schade, dass wir nur noch mit neue Schiffe, neue Techniken, neue, was passiert, also zielgerichtet, du weißt, was ich meine, also so, ja, ich würde mal gerne einmal so ein bisschen hinter den Vorhang gucken, als wir in Frankfurt waren, da möchte ich nochmal, da möchte ich jetzt einmal ganz kurz ausruhen, ich war ja mehrfach in Frankfurt und da haben wir uns mit, ich weiß nicht, wie er hieß, KI-Entwickler unterhalten, das fand ich ein bisschen, der war so enthusiastisch oder die Leute, die da waren, die waren alle so enthusiastisch und dann haben wir geguckt, wie Planeten gemacht worden sind, ja, Oberflächen und dann haben wir uns aber auch, wir waren auch drei Programmierer, glaube ich, dabei, aber aus verschiedenen Sparten, Datenbank und und dann haben wir uns da unterhalten und haben so mal so ein bisschen die Leute, die jetzt da waren, so ein bisschen ausgefragt, fand ich total spannend, ja, muss ja nicht das, so ein One-on-One sein, aber so eine aufbereitete Geschichte, fehlt mir total, vor allen Dingen, weil ich Bäcker bin und jetzt momentan nur Sachen vorgesetzt bekomme, deswegen ja auch der Tech-Talk, ich bin total dankbar, dass du so tiefen Einblick hast schon, ähm, das ist halt, ich bin halt jetzt so frisch, so durchs Studium, ich hopper jetzt so in diese ganzen, ganzen Bereiche, so den theoretischen Einblick und halt, das gebe ich da natürlich gern vereinfacht weiter, genau, ich bin jetzt noch kein so super Spezialist, aber so grob Ahnung, habe ich aktuell, Ja, ich fand das schon ganz ordentlich, ähm, bislang, wir machen jetzt mal ganz kurz, ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause, Pipi machen, ganz kurz noch, weil es im Chat auch kam, zu deinem Punkt, ähm, im Spectrum-Chat, ja, Clive oder andere Entwickler, da kriegt man tatsächlich oft auch einen tieferen Einblick, oder dieser geschriebene, ähm, Monthly Report oder so, da sind auch teilweise sehr gute Fortschrittsinfos auch drin, aber das ist halt alles nicht mehr in vorderster Front, wie du meinst, nicht mehr so aufbereitet, nicht mehr so ins Video, ins Gesicht, sondern da muss man sich das dann raus, da muss sich das rauszupfeln, dann findet man durchaus noch was, aber es ist halt nicht Vorfront. Aber ich fand halt so ein Format, ich finde halt so ein Format mit so einem groben Überblick, auch wo die Richtung hingeht, wo die Probleme liegen, wir als Community, ja, meine Erfahrung nach ist, wenn die uns wahrheitsgemäß sagen, ihr ist scheiße gelaufen und jetzt müssen wir noch mal ran, dann ist die Community immer bereit zu sagen, alles klar, das war bis jetzt immer so, ja, und mir fehlt halt so die, auch so ein bisschen die technische Konkurrenz, ich will ja gar nicht jeden Tag ein Update haben, aber so mal alle zwei Wochen, alle drei Wochen, man hat hier so ein Tech-Ding so schön aufbereitet, kriegen wir dann leider auch. Da habe ich auch Gedanken zu, aber da können wir gern kurz eine Pause machen und das dann, ähm, noch mal aufgreifen. Alles klar, machen wir. So, meine Lieben, wir machen mal ganz kurz, ganz kurz eine kleine Pause, ihr könnt alle mal austreten, Pipi machen und so weiter, genau, Tee, Kaffee, Bananenbrot schmieren, wir sind gleich wieder da. Ich hole meinen Gast wieder dazu. Also jetzt zweite Runde Outlaws Perspective, jetzt haben wir einmal so Wurzeltrink, super Gast bis jetzt, bin sehr dankbar, dass du zugesagt hast und sehr informativ. Ähm, hier habe ich dich auch auf laut, sag mal was, so mal was, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir den ersten Teil abgebügelt, wo wir einmal so aufgedröselt haben, was da so auch passiert auf dem Server, wie die ganze Meshing-Geschichte abläuft, wo wir hingehen, wo wir herkommen. Ähm, möchte aber, äh, jetzt auch nochmal zum aktuellen Stand der Dinge ein bisschen sprechen. Wir haben ja hier, äh, Tech Talk Version 3.13, Ähm, da gibt's ein paar ganz nette Neuerungen, die wir ja nochmal besprechen können. Ich hatte gerade im Back mit dem, ähm, Wurzelt nochmal ein kurzes Wort gewechselt, weil ganz spannend, er hat mir gerade erzählt, er hat eine Abschlussprüfung geschrieben letztens, da ging's um Signed Distant Fields. Also es war, äh, Spielephysik, das Fach, und die Signed Distant Fields sind halt da im Stoff mit drin. Tatsächlich. Das ist keine Erfindung von Star Citizen, sondern dieses Signed Distant Fields ist ne physikalische Berechnungsmethode für, genau, für Dinge. Die haben ja jetzt unsere alten Schilde ersetzt. Mhm. Und die sollen verhindern, dass wir Schildlöcher haben und sollen uns schöne Effekte geben, ähm, und Kollisionsinformationen weiterleiten wahrscheinlich. Mhm. Kannst du da nochmal so, boah, ich hab da was Richtiges gesagt, ich hab da richtig gesagt, Wahnsinn. Also er hat genickt, er hat genickt, der Chef hat genickt. Ähm, vorher, die Schilde, da hat halt im Endeffekt ein Entwickler, äh, so, 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 ne Box genommen, die um das Schiff drum, also großgezogen, sodass sie ums Schiff drum passt, den Schildschader draufgehauen und da wurde immer Kollision mit dieser Box befragt. Ja, ich würde sagen Prototyping. Genau, und weil halt, weil halt die Schiffe bisschen komplexere Formen hatten, war das halt nicht eine Box, sondern da wurden halt Dinge zusammengeworfen, ne? Und wenn Dinge zusammengeworfen werden, können auch mal Löcher entstehen oder der Server verliert so eine Box oder da ist irgendwas falsch definiert oder irgendwas an der Technik ändert sich. Auf jeden Fall, ähm, war das halt so ganz traditionell, halt einfach Schilde als extra Dinger. So. Was ist jetzt ein Signed Distance Field? Also das ist eigentlich nur ein, ähm, wenn man es wörtlich übersetzt, ein Feld mit Distanzen, die ein Vorzeichen haben. Also sprich, Minus ist im Schiff drin, Plus ist außerhalb vom Schiff draußen. Okay. Die Null ist das Schiff selbst oder halt eben, äh, Ding. Okay. Ähm, stell dir jetzt einfach so vor, ähm, oder nehmen wir es einfach als 2D-Bild. Du hast einen Kreis in 2D. Ja. So. Ähm, je näher du an diesem Kreis dran bist, umso kürzer ist diese Distanz. Das heißt, jeder Pixel speichert sozusagen die Distanz ab zu dem Kreis. Das ist ein 2D-Bild. 2D. Okay, wir sind dabei 2D. 2D. Jetzt erst mal 2D. Das heißt, du hast, äh, äh, und, äh, je kürzer die Distanz ist, umso röter ist der Pixel. Also sprich, auf dem Kreis ist er 100% rot und je weiter weg er vom Kreis geht, umso mehr schwarz wird er. Was du kriegst, ist quasi so ein Gradient, so ein Farbverlauf von 100% rot zu schwarz nach außen und zu, was weiß ich, minus rot, also was weiß ich, blau nach innen. Also, äh, von blau zu Ding. Auf jeden Fall Farbverlauf. Und wenn du jetzt irgendwo in diesem Bild feststellen willst, wie weit du von diesem Kreis weg bist, dann guckst du dir deine Nachbarn an und kannst sofort die Richtung bestimmen. Weil du genau siehst, in welche Richtung wird es mehr rot und in welche Richtung ist es weniger rot. Also wenn du jetzt außerhalb vom Kreis bist, dann ist es vom Kreis weg, wird es ja weniger rot und zum Kreis unten wird es mehr rot. Ah, okay, 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 okay. Ja, ja, alles klar. Und das sind diese Signed Distance Fields, das sind sozusagen diese Distanzen als Werte in 3D oder in 2D um alles rot. Und dann haben wir jetzt nichts damit zu tun, wie viel Schaden du auf dem Schild machst. Das war jetzt, damit die Leute nicht verwirrt sind. Das geht um die Position zum Schild. Hat jetzt nichts damit zu tun, du schießt drauf, blau, 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 lila, 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 rot. Das ist es nicht. Das hat nur was damit zu tun, um zu gucken, genau. Ich wollte nur klarstellen, falls der eine oder andere das nicht, falls der eine, ich habe nämlich so gedacht, nicht, dass der eine auch noch denkt. Genau, das ist quasi, genau, und jetzt kann man eben in dieser, dieser Kollisionsberechnung, sobald du nah genug an dem Schiff dran bist, eben auch immer in dieses Sign-Distance-Field reingucken. Und, äh, wenn du da reinguckst, dann kannst du eben gucken, okay, wie weit bin ich denn noch von dem Schild weg sozusagen? Oder bist du schon vorbei? Und dann kann man eben ermitteln, okay, bist du. Also sprich, die Schilde sind nicht mehr definiert durch eine Box, wo Kollision überprüft wird, sondern die Schilde sind definiert durch Entfernungsfelder. Und jeder Punkt um das Schiff rum hat einen Wert, wie weit bist du vom Schild weg? Und dadurch ist es quasi an die Silhouette von dem Schiff angepasst, weil du sozusagen immer diese Entfernung zur Oberfläche vom Schiff hast. Ja, aber wie kann das denn sein, dass das Schild dann hinten abgedroppt wird, wenn du dich bewegst? Ich hatte, das bedeutet doch, wenn du die Entfernung vom Nullpunkt, das heißt Hülle, hast, wir hatten ja jetzt den Bug, wir hatten ja jetzt den Bug, dass, wenn du dich schnell bewegst, eventuell, du dein Sign-Distant-Fields zurücklässt, dein Schild zurücklässt, dein Sign-Distant-Fields zurücklässt. Aber wenn es doch an dem Ding dranhängt. Ich verstehe, was du meinst. Aber es wird quasi nicht immer dynamisch die Distanz berechnet, sondern dieses Sign-Distant-Field wird vorher einmal berechnet und wird dann immer mit dem Schiff mitgenommen. Also sprich, es wird nicht dynamisch immer die Distanz berechnet, sondern beim Erstellen vom Schiff. Anstatt dass die Boxen machen, die die Schilde darstellen, machen die einen so ein Sign-Distant-Field, das das Schild darstellt und das Schiff nimmt dann sein Sign-Distant-Field immer mit. Und dann hat irgendjemand beim Implementieren bei der Physik geschlafen und dann wurde es halt vergessen sozusagen. Dann war halt, vielleicht würde da die Bewegung separat geraten und wenn du die schnell genug bewegt hast, würde halt falsch geraten, anstatt man sagt, okay, ich rate jetzt nur die Bewegung fürs Schiff und nehme sein Sign-Distant-Field mit. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Dann wurde quasi sozusagen das Schild wortwörtlich einfach liegen gelassen beim Losfliegen. Okay. Und wie funktioniert das jetzt mit dem Schild an sich? Also ich sage mal, da gibt es ja Partikel-Sprites, die dann erzeugt, also Partikel, die erzeugt werden, da reingerendert. Ich treffe das Ding, ich sehe genau, ich habe ja einen Vektor, soll ja später. Wahnsinn. Als ich das gehört habe, Wahnsinn, das ist, welches, welche Art von Projektil, ist das ein Laser, ist das ein Projektil, ist das ein hart, ist das ein massereiches Ding, schlägt da durch, trifft im Vektor da auf, macht was kaputt dahinter und so. Wie funktioniert ein, jetzt wissen wir ja, okay, wir haben eine Distanz davon und dann wird dann da drauf gelegt, so eine optische Kugel oder wie, also so ein optisches, Du hast dein Projektil, da wird dann überprüft, mit dem Science Distance Field, ist es jetzt am Schild oder nicht. Und wenn es am Schild wird, äh ist, dann werden mehrere Dinge getriggert. Zum einen passiert die Grafik entsprechend, ne, Schild leuchtet auf, leuchtet nicht auf, also nicht losgelöst, aber es ist ein Modul von dem, äh, die Grafik wird informiert, hey, hier kam gerade ein Treffer, die Grafik guckt sich auch das Science Distance Field an und geht sozusagen die Nulllinie, den Kreis geht es lang und entlang der Oberfläche kommt halt dann dein Plopp, dein Ding. Dann, ähm, wird es vermutlich weitergehen, entweder wird dann das Projektil gelöscht, also sprich, dein Laserstrahl, der prallt ab und wird halt quasi gelöscht, oder dein Projektil geht durch und dann wird halt eben ermittelt, wo schlägt's ein und dann wird quasi wieder, wieder Grafik ausgelöst beim Einschlag oder nicht und wieder Logik ausgelöst beim Einschlag oder nicht. Krass. Aber auch, das, das, was trifft, finde ich auch, finde ich aber auch hart, also dieses, dieses Ganze, ja, was trifft, überführt in, und dann hätten wir ja schon wieder auch eine Brücke geschlagen, wieder zu einem anderen Problem, wie wir vorhin schon gesagt haben, Idris zum Beispiel, mal angenommen, die machen nicht, äh, Außen kriegten, äh, Außen kriegten, ähm, äh, zugewiesen, Innen kriegten Server und dann muss ja auch alles dahinter wieder überführt werden, so ein, so eine Rakete schlägt da ein, dringt meinetwegen durch die Panzerung, durch rein ins Innere, was haben die da vor? Ich meine, ich bin begeistert, aber ich denke mir, das wird nie fertig. Also, wenn sie an dem Punkt sind, wo, 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 äh, dieses, 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 ähm, dynamische Server-Mashing so gut funktioniert, dass sie außen und innen von einem Schiff, äh, Ding, dann ist die Rakete trivial. also jetzt ganz, 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 ganz vereinfacht gesprochen, weil an dem Moment, wo sowas wie Rammen außen am Schiff und innen am Schiff funktioniert, kannst du dann sozusagen, wie ein Spieler, der durchs Airlock geht, kannst du halt einfach auch die Rakete, die durch die Hülle geht, sozusagen einfach auf den anderen Server rüberschieben und der muss sich dann verstehe. Und der von innen kann dann wieder Informationen an den von außen weitergeben. Also sobald mal die, die Werte sozusagen so angepasst sind, dass es an dem Punkt so dynamisch funktioniert, ist eine Rakete, die einschlägt, nur ein weiterer Fall, der durch dieses System durch muss. Wahnsinn. Aber es ist halt, es ist halt, der Punkt ist halt, man muss halt dieses System erstmal so hinkriegen, dass dieser Austausch einwandfrei funktioniert und das wisst man halt nicht, wie genau und wie, wie gut sie im Endeffekt das am Ende hinkriegen. Aber, äh, das ist der Punkt, was ich meinte mit systemisch denken. Als Programmierer abstrahierst du das. Okay, da müssen Daten hin und her, da müssen Objekte hin und her, aber, äh, in dem Moment interessieren dich nicht was für Daten, sondern du denkst an das System des Austausches. Und dann denkst du, okay, was passiert jetzt, wenn das Schiff auseinanderbricht? Was passiert dann mit den Servern? Was passiert, wenn jetzt von innen Explosionen nach außen, ne, und da denkst du eben an, an die Systeme, die laufen müssen. Welche Daten am Ende da durchfließen, das interessiert dich am Anfang in so einem Alpha-Stadium nicht. Das ist dann in der Beta, wenn du dann lauter Content in dein System reinschmeißt, dann findest du die ganzen Edge-Cases, dann findest du die Ding. Klar, du musst am Anfang definieren, ob dein System das können soll. Das ist, ja, vor dem tatsächlichen Umsetzen. Aber man denkt sehr systemisch. Und wenn du halt sagst, okay, ich will Raketen in diesem System drin haben, dann probierst du so, dass die Raketen da mit reinkommen. Aber alleine, ich stimme zu, es ist sehr wahnsinnig, was es sich vorgenommen hat. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig. Selbst wenn es nicht mal, selbst wenn es nicht ist, dass so zwei verschiedene Servers sind da drauf. Selbst wenn du durch eine Cutlass durchschießen willst, wie viel Energie hat das Projektil Schild 1 Panzerung da an der Stelle. Ist da überhaupt noch Panzerung? Ist da vielleicht schon Loch drin? Durch die Innenausstattung. Vielleicht sogar noch bis auf die andere Seite wir da irgendein Modul treffen. Absolut verrückt, so was sich auszudenken. Und dann triffst du einen Cooler. Der Cooler, okay, Cooler Ausfall ist dann nächstgelagertes System. Cooler fällt aus, Schiff geht aus oder überhitzt und so. Irre. Das ist so der Punkt an Star Citizen, was mich auch so ein bisschen reizt. Normalerweise nimmst du ein Spiel, wenn du ein Spiel machen willst, dann hast du irgendeinen Core-Gameplay-Loop an Dingen, die passieren. Deckungsshooter. Laufen, Schießen, Deckung suchen. Schießen, Laufen, Schießen, Deckung suchen. Dann machst du, dass sich das gut anfühlt. Oder was weiß ich, andere Spiele, Strategiespiele, dieser Ablauf. Du hast quasi immer deinen Kern-Game-Loop und dann baust du noch Systeme, die dem helfen und Ding, aber du baust deinen Kern-Game-Loop und du machst den geil. Und alles andere führt dann immer nur zu diesem Kern-Game-Loop hin. Und in Star Citizen ist dieser Kern-Game-Loop halt ein cinematischer Tag im Universum. Und das hat so einen Rattenschwanz an Konsequenzen, die sich da durchziehen, weil sie halt sagen, okay, was machen wir? Okay, wir brauchen begehbare Schiffe. Wir wollen keinen hin und her teleportieren. Okay, wenn wir begehbare Schiffe in der Größe haben, dann wollen wir auch richtigen Damage und nicht so Arcade-artig. Okay, für richtigen Damage mit den Komponenten, dann brauchen wir das. Und die, das ist nicht, das ist nicht, geh da hin, hol die Kiste, entsperre die Bombe, sondern das ist, guck mal, hier ist ganz viel Fläche und ganz viel Raum, mach doch was du willst, fliege da rüber, da ist eine Panzerung, da kann man mal durchschießen, oh, guck mal, da ist ja einer hinter und was auch immer. Es ist irre. Andere Leute würden meinen, ja, Feature-Creep in Star Citizen, ich bin da eher so an dem Punkt 2015 oder 2016, wo sie festgestellt haben, sie können jetzt prozedurale Planeten machen, haben sie quasi im Kopf gesagt, okay, das war vorher das Star Citizen, das wir bauen wollten, mit so hin und her fliegen, so festen, nur Hero-Locations ist begehbar und das war's. Wir machen jetzt das eine Nummer größer und ich glaube weniger, dass es wirklich, wirklich Kern-Feature-Creep ist, sondern was sie halt jetzt immer wieder feststellen, sie rücken halt raus, was sie sich darunter vorgestellt haben, was da alles mit dazugehört. Sowas wie Bartwuchs ist dann, wo man sich denkt, ja, Feature-Creep war nie geplant. Na, wenn man schon mal Haare implementiert hat, dann ist Bartwuchs auch nur noch Content, der oben drauf muss, ne, und das ist halt dann sowas, wo ich sage, das ist dann kein Feature-Creep im Sinne von einer Scope-Veränderung, weil die Scope ist ja schon so gigantisch groß mit diesem cinematischen Tag, auf jeden Fall, sondern das ist dann einfach nur tatsächlich mal gucken, was es bedeutet. Man könnte dann natürlich sagen, das ist unnötig, aber sie sitzen ja an dieser Server-Frame-Rate dran und bis dahin passieren ja eh keine Features, so nach dem Motto, ne, wenn die Server-Frame-Rate da ist und sie tatsächlich dann beginnen, wenn der Dan Truffin nicht nur an Mining, arbeiten darf, sondern auch an dem anderen Zeug, ne, dann können wir immer noch drüber reden, wie viel ist zu viel, aber sie müssen erst mal zu dem Punkt kommen, wo sie Features wirklich hinzufügen können, weil vieles haben sie jetzt nur auf dem Papier oder wird damit geliebäugelt, ne, das ist so ein Punkt mit Feature-Creep, das ist so, wir haben bereits mit den größten Scope, den man sich für so ein Spiel vorstellen kann, da ist es dann sehr willkürlich, was ist Feature-Creep, was war immer geplant, diese Diskussion müssen wir immer und beständig mit CIG haben und die wir aufhören. Wir, ich sehe ja auch, uns als Community, wird ja immer, lassen wir mal die Extremen weg, ja, lassen wir mal die Extremen weg, wir als Community sind dafür da, nicht zu sagen, äh, äh, alles ist scheiße oder alles so, wir sind dafür zu sagen, wir wollen das haben, wir wollen das haben und die müssen dann entscheiden, was kriegen sie, oder, Attacke, 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 mach mal, wir sind auch, die Community hat ja auch nicht immer recht, aber wir haben halt so einen Durchschnitt. Ich finde, ähm, kommunikativ müssen sie noch, können sie noch eine Schippe drauflegen an bestimmten Stellen, so ein bisschen an Marketing vielleicht, ich meine, die müssen Geld verdienen, ich finde die Preise, ich finde die Preise für die Farben, für die, äh, Skins ein bisschen happig, also zumindest in Deutschland, in Amerika ist das ja, ich weiß nicht, ähm, Wett, ich weiß nicht, wie der Dollarkurs ist, ich finde unsere Preise ein bisschen happig, ähm, also Sachen, aber, äh, jetzt bin ich auch abgeschweift, äh, was wir da bekommen können, ist irre und wir sollten nicht so viel, nicht so viel auf den Developern rumhacken, die können da nicht viel für, ich glaube, die geben sich Mühe, die, die ich kennengelernt habe, ihr habt ja ein paar kennengelernt, durfte ich ja, äh, haben alle Bock drauf, ja, also, äh, bis vielleicht auf den einen, der die Waffen gebaut hat, ja, in Frankfurt, machte mir nicht so einen entspannten Eindruck, aber egal, die haben alle Bock drauf, ähm, die, natürlich, jetzt sagt der Chat, äh, wir können, die können die, äh, Sachen nie erfüllen, die alle wollen, das ist klar, aber die müssen ein gutes Mittelmaß finden, was wir aber kriegen, ist ein riesengroßes Universum mit Dingen und ein, eine Sache, die ich total, äh, spannend finde, äh, und da habe ich auch nochmal, um nächstes Thema nochmal anzuspringen, äh, es hat nur drei Jahre gedauert, zwei Jahre gedauert, und die Aufzüge gehen, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe, ich meine, äh, du hast meinen Streams wahrscheinlich vorher nicht geguckt und so, ist ja auch nicht schlimm, die, die mich geguckt haben, ich hab ein, ich hab hier so ein Tool gebaut, ich hab ein Bot gebaut, da drücke ich drauf und der fängt an zu zählen, wie lange ich in einem Fahrstuhl oder einer Bahn sitze, und dann, äh, rechnet der mir zusammen, kann ich sagen, ich hab heute im Stream äh, 20 Minuten verbraucht, um mit dem Fahrstuhl zu fahren oder so, aber jetzt, nachdem ich das Ding gebaut hab, ist der Fahrstuhl da, warum? Wenn ich drauf drücke, ist der Fahrstuhl da und muss nicht mehr warten. Also, äh, eine Sache, die mir jetzt so langsam anfängt zu sehen, ist, ähm, sie haben jetzt nicht nur einen Plan, wie ihr Server-Code aussieht, sondern das scheint langsam auch so ein bisschen konkreter zu werden, sie wissen, wo welcher Code hinkommt und dadurch können sie jetzt einzelne Features, genau, dadurch können sie jetzt einzelne Features, äh, gezielter einbauen, die dann funktionieren, sie stellen sich ja auch auf mit dem Anheuern und größeren Büroräum, stellen sie sich ja auch drauf auf, dass langsam mal etwas wird, aber jetzt so zum Beispiel, ähm, um wieder auf die Physik zurückzugreifen, so ein Aufzug von der Conny, wenn da ein Fahrzeug drauf fährt. Ach so, die Aufzüge, ich meine die anderen Aufzüge, aber mach mal. Ich fange jetzt mal mit dem einfachen Beispiel an, weil der Aufzug von der Conny eskaliert eigentlich immer, ne, oder hat immer eskaliert mit einem Fahrzeug. Ach so, die Geschichte, ja, ja. Ich gehe dann schon weiter zu den anderen Aufzügen, keine Sorge. Ähm, der, der Punkt ist eben, das war eine permanente Physik-Kollision. Wenn der Aufzug hochfährt, dann geht da Kraft auf die Reifen, das Fahrzeug bewegte sich hoch und Ding und das war dann so ein, und irgendwann eskaliert die Physik-Geraterei vielleicht neu und dir fliegt halt der Aufzug, Eartha Rover oder sonst was um die Ohren, ne. Ähm, die können halt jetzt zum Beispiel, haben die dann den Code eingebaut, man kann auch einfach so Physik-Simulationen sagen, so, ey, lass mal, berechne das mal nicht, sondern häng einfach das Fahrzeug an den Aufzug dran und nimm die Berechnung vom Aufzug und verschieb das einfach immer nur mit. und das ist halt sowas, wo sie halt jetzt höchstwahrscheinlich langsam wissen, wo genau der Code hin muss, können sie auch so einzelne Passagen schon ausarbeiten, weil der Server nicht mehr die ganze Zeit on fire ist, sondern halt dann dieser zwei auf zwei Quadratmeter Rasen von dem Waldbrand gelöscht ist. Das heißt, das heißt vorher war das so, ich hatte Conny Aufzug, ich fahr mit dem Ding drauf, der Aufzug fährt hoch, gibt die Information an, an den, ähm, an den, äh, an den Wagen weiter, die Reifen sagen, oh, ich bewege mich nach oben, drücken die Federn zusammen, ja, das Ding springt hinterher, geht vielleicht sogar ein Stück ab, das Ding kommt, der Aufzug, die, die, die Ding verkackt, die Berechnung verkackt, der Aufzug kommt nach, oh, ich hab eine Kollision, wie heftig ist die denn, oh, die ist halt heftiger, ich mach mal Boing, und dann, Katusch, und jetzt sagt das Ding, äh, fahr rein, ich bin hier drauf, genau, Fahrzeug, Aufzug fährt los, du machst gar nichts mehr, du machst nur noch hier Reifen, Kontakt schieben. Genau, und, äh, zusammen mit dem Docking, ähm, sehen wir halt jetzt langsam, dass diese Physics Grid Interaktion, ne, weil der Rover ist ja sein Physics Grid, kennt man ja, wenn der auf dem Kopf fliegt, und man springt rein, dreht man sich um, weil das Physics Grid von dem andersrum liegt, ähm, interagiert halt mit dem Aufzug dann, oder eben das, das Physics Grid von der Merlin interagiert dann mit dem von der Conny, und das gleiche, der gleiche Code wird halt jetzt auch bei deinen normalen Aufzügen langsam auch verbessert sozusagen, weil wenn der dann im Ruhezustand ist, dann wird der eventuell stabiler an die Tür rangekoppelt, und du fällst nicht mehr durch beim Rauslaufen, zum Beispiel, das könnte damit auch zusammenhängen, dass das Physiksystem, äh, die tatsächlich kombiniert, und nicht mehr nur, nur Ding, ne, das könnte eine Sache sein, ne, mit der Bahn genauso, ähm, diese, 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 diese Stabilität für diese ganzen Object Container Physics Grids, die miteinander interagieren, und zwar fest interagieren, das wird halt langsam stabiler, wie wir eben sehen, an den, am extremsten sehen, am Docking, und an den Aufzügen. Und das brauchen wir, damit das Spielen für uns Menschen vorhersagbarer wird, damit wir wissen, wenn ich jetzt das mache, dann fliegt das Ding nicht durch die Gegend, oder, oder, oder. Es hilft ja auch im Server, weil der muss dann nicht mehr die vier Kollisionen von den vier Reifen mit dem Conny aufzubereiten. Ja, stimmt. Genau, und der muss dann die nachfolgende Explosion auch nicht berechnen, weil sie nie passiert. Ich muss gerade sagen, einer im Chatfeld hat gesagt, einer sagt, ich fühle mich jetzt intelligenter als vor einer Stunde, ich übrigens auch, ja, und, äh, ähm, Unkar sagt, wenn du noch eine Stunde zuhörst, dann bist du eine Frau. Also, Shoutout raus an alle Frauen da draußen, wir lieben euch. Ja, sehr gut. Das kann, das kann uns nur nützlich sein. Ja. Ähm, also, jetzt kommen wir mal zu. Der Punkt ist, weil es ja im Chat auch kommt, ähm, das hab ich auch eben so bei dem, dem Anruf bei Salty Mike, wo, äh, wo ich ja quasi hier gefunden wurde, ähm, Ja, ich hab dich, ich hab dich entdeckt. Ich hab dich entdeckt. Ich mach das gern, ich nehme mir sozusagen eine Tangente zum Thema raus und vereinfache die und erklär die, weil dann hab ich das Gefühl, dass die Leute das verstehen. Wenn jetzt hier jemand draußen sitzt, der jetzt über Jahre recherchiert hat, das Spiel verfolgt hat und sagt, was der erzählt ist, gefährlich für allgemeinert, das kann stimmen, ne, das kann sogar sehr wahrscheinlich sein, aber das ist so, 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 so ein Punkt, ne, wie, wie der, wie halt hier, ich wurde hier quasi eingeladen für einen vereinfachten Tech Talk. Ja, natürlich. Alle Angaben sind wirklich ohne Gewehr, sondern eben so zum, zum Verständnis gedacht, nicht zum hundertprozentig richtig sein. Ja, also, es geht auch nicht darum, dass wir hier absolut akkurat sind. Du bist auch, wir müssen das nochmal sagen, du bist ja kein Angestellter von CIG, du arbeitest da nicht, du kennst, kannst nicht hinten in die Systeme reingucken, du kennst den Code nicht, äh, du bist, äh, machst gerade deinen Bachelor nochmal, äh, um da zu sagen, hast, hast, hast aber auch Pläne und du kennst dich gut aus und er kann super erklären, möchte ich sagen, möchte ich mich auf jeden Fall schon mal bedanken nochmal. Jetzt aber zu meiner Frage, warum sind meine Aufzüge jetzt da und vorher nicht? Warum habe ich drei Jahre auf den blöden Aufzug warten müssen? Wenn ich in einem Krankenhaus bin, in der realen Welt und drücke auf den Aufzugknopf, dann kommt der Aufzug von den Zweien, die ich da sehe, der am nahesten ist oder am sinnvollsten. Wenn ich bei Star Citizen bin, habe ich acht Aufzüge und muss achtmal einen Knopf drücken, am besten, damit ich alle, acht, ach man, Knopf drücken. Ja, am Anfang, am Anfang waren die Aufzüge Teleportationskammern. Du läufst da rein, stehst da drin und wirst drüber teleportiert. Ja. Der nächste Schritt war, dass die durch die Gegend fahren. Aber das Problem ist, eventuell fahren sie dann von einem Physics Grid ins nächste und, äh, hm, also das war dann, dann haben sie quasi eins zu eins gemacht, weil irgendjemand müsste ja die Logik schreiben, was passiert, wenn zwei Aufzüge zu einer Tür fahren, also lassen wir das im ersten Schritt raus, die fahren alle nur eins zu eins. Das war dann, wo dann diese ganz vielen Aufzugstüren reinkamen, mit denen der Hangar hat seinen eigenen Aufzug. Der nächste Schritt war dann, äh, die losgelöst zu machen von den festen Spuren, ne, und das kam dann, äh, das hat auch, äh, jetzt eine Zeit lang ganz gut funktioniert, ähm, weiß nicht, ob du schon mal in einer Aufzug- Warteschlange drin stecktest, aber wenn du mit, äh, genug Leuten unterwegs bist und die einfahren mit einem Aufzug zum Hangar, dann fährst du da hin und wartest, so, du siehst dann die Marker von denen fünf Meter weiter unten und der Aufzug wartet oben drüber. Das ist so, so der nächste Schritt. Und jetzt haben sie es halt irgendwie vermutlich hingekriegt halt einfach, dass sich irgendjemand mal, also, hingesetzt hat und hat so einen Sprint gemacht und hat gesagt, mach mal die Aufzüge sinnvoller. Ne, weil das ist so, weil ich das schon seit Jahren sage, ich hab schon, ich hab, äh, schon Briefe geschrieben, liebe, liebe, äh, beschwerde Briefe geschrieben mit, mit Parfüm dran, und ich gesagt, bitte, bitte, bitte die Aufzüge. Da ist mir jetzt beim, beim Reden was, was aufgefallen, auch noch so ein Punkt von wegen Kommunikation, die arbeiten ja sehr sprintorientiert, ne, das verstehen ja viele Leute auch nicht, also ich sag jetzt nicht, dass du es nicht verstehst, sondern halt, Ja, aber ich hab, Scrum hab ich nicht gemacht, ich hab noch nie nach Scrum gearbeitet. Normalerweise, das stellt man sich immer so vor, du hast da einen Entwickler, das ist der Herbert, und Herbert ist der Aufzugentwickler, der hat die geschrieben, der ist an dem Feature dran, und wenn irgendwas an den Aufzügen nicht passt, der sitzt Tag ein und Tag aus an diesen Aufzügen und schreibt an diesen Aufzügen. Und wenn ein Bug reinkommt, dann macht er an den Aufzügen, ne, man ist halt für einen Bereich zuständig, so funktionieren normalerweise so Projektdinge. So, wenn du jetzt aber so Sprintentwicklung machst, dann hast du quasi keine kontinuierliche Zuweisung an Menschleien und Feature, sondern du hast quasi Teams, die haben Know-how und Sprints, das sind quasi Aufgaben, Einzelaufgaben, die einfach eine Liste ist. Und da wird halt die Aufgabe gewesen sein, okay, irgendjemand setzt sich jetzt hin und macht die Aufzüge keine Teleportationsaufzüge mehr. Dann hat sich da ein Team hingesetzt, hat das programmiert und dann war es das. Das Team war dann nicht mehr dafür zuständig, sondern da wurde dann die nächste Aufgabe, mach mal Aufzug-Warteschlangen, sodass die alle nicht immer 1 zu 1 Verbindungen sind, sondern so fahren können und das wurde ins Backlog gelegt. Bis irgendwann mal die Priorität da war oder der Entwickler frei war, du hast jetzt zwei Tage nichts zu tun, setz dich da mal hin und dann kriegt der diese Sprintaufgabe, macht einen Sprint, einen Kurzstrecken-Sprint und erledigt das und dann kommt der nächste Task ins Backlog. So, wenn das jetzt verbuggt ist über das Issue-Counsel, dann wird dann Task generiert, hey, guck dir mal die Aufzüge an, hier sind die Fehler und dann sitzt sich ein Entwickler mal dran oder nicht und macht es. Und wir haben aktuell das Problem, sozusagen aus Bugsicht haben wir das Problem, dass der Herbert in Rente gegangen ist. Nee, Wir haben das Problem, dass wir zum einen nicht wissen, was die alles schon im Backlog drin stehen haben, als irgendjemand muss sich das mal angucken. Zum anderen wissen wir die Priorisierung nicht und zum dritten, neue Features gehen vor. Das heißt, der Herbert, der könnte jetzt die Aufzüge reparieren bis zum nächsten Patch, wo sie wieder kaputt gehen, weil sich am Server-Code wieder was ändert oder der Herbert schreibt dir, dass, was ist das, dass du nicht mehr stirbst, wenn der Zug zum Messegelände fährt, weil da die Deathzone dazwischen ist. Und dann setzt halt CIG den Herbert eher da hin und sagt, hey, du kennst dich doch mit Aufzügen und Zügen aus, kontrollier mal bitte hier und schau, dass der Zug zum Messegelände funktioniert. Die Aufzüge gehen sowieso wieder kaputt, da ist eh noch so viel Platzhalter drin. Und das ist halt so das Problem, wir sehen halt, wir sehen mittlerweile die Roadmap, aber wir sehen deren Backlog und deren Kausalitäten nicht. Das ist so. Ja, ja, klar. Also, da ist es halt auch so, die müssen halt immer abwägen, wie viel, wie viel soll Herbert jetzt Bug fixen, die eventuell sowieso verschwinden würden mit einer besseren Server-Frame-Rate, wie viel soll Herbert jetzt am Server-Mashing mitprogrammieren und wie viel soll Herbert neue Dinge bauen. Und das ist so, so diese Sprinten, die haben einfach sozusagen eine riesige To-Do-Liste, deren Backlog und da werden einzelne Dinge rausgenommen und zugewiesen. Die ist gewaltig. Sie haben auch so so einen Günther, der sitzt kontinuierlich an der Aufgabe dran und fixed Bugs und so, das haben sie bestimmt auch, aber deren Hauptding ist wirklich diese Sprints, diese minimales Ziel, Kurzzeittasks, die dann aneinandergereiht werden, um dann Feature zu ergeben. Und darum hast du deine Aufzüge nicht, weil... Jetzt hab ich sie, also zumindest zum Teil. Also, hattest du sie nicht, weil der Aufwand, das so zu machen, entweder durch einen Platzhalter war, weil der Aufwand sowieso ins Nichts gegangen wäre, wenn es wieder kaputt geht, oder weil es einfach prioritätstechnisch nicht hoch genug war. Ich hab's mir gedacht, obwohl ich das schon ziemlich... Ich hätte das als Dev-Leader, als CTO, hätte ich das ganz hoch aufgehängt für mich, für meinen Seelen. Das ist halt ein Punkt, wo man sagen muss, in der Alpha wird sowas eher niedriger priorisiert, weil das spielen ja eh nur Inhouse-Leute. Und in der Beta, wenn Content reinkommt und du zum ersten Mal Open Beta machst, da muss dann das Polishing kommen. Nur mit IT, da weiß ich das ganze im Rattenschwanz, weil wir als Bäcker jetzt schon in die Alpha reinschauen. Wir haben, das kann man ja fast nicht mehr sagen, da bräuchte man eigentlich ein neues Wording für. Du wirst mir sicherlich zustimmen, dass das weit weg ist von einem Alpha-Beta. Es ist etwas ganz anderes. Es ist etwas Matschiges, wo wir alle mit dranhängen. Wir sind aktuell in einem Flugzeug, das gebaut ist, während es fliegt. Genau. Das gebaut wird, während es fliegt. Das ist so. Und die Hälfte der Besatzung hat Gummihammer. Ja, genau. Das war jetzt gemein. Und Gummi-Nägel. Also wir haben gelernt, Herbert und Günther sind dran und die Sachen werden fertig und wenn die nicht in Rente gehen, kriegen wir das noch vor meiner Rente. Ich bin 44, gib mal Gas. Ja? Ich bin 44, gib mal Gas. Wie gesagt, ich denke, um wieder auf den Anfang zurückzugreifen, das nächste Jahr und dieses statische Server-Mashing wird entscheidend, weil danach können sie halt, so wie halt jetzt mit den Aufzügen, danach wissen sie, wo der Code hin muss, selbst wenn es dynamisch noch nicht funktioniert, dann können Dinge kommen. Aktuell können ja keine Dinge kommen, weil wenn Chris Roberts irgendein Feature schief anschaut, geht der Server in die Ecke zum Weinen. Ne? Also ist halt aktuell so, ne? Ja, es ist wieder so ein Sonnenpenglein. wo sind wir, wie viele Features genau wollen wir haben, ne? Dann kann der Dan Truffin alles, was er beim Mining gelernt hat, dann auch auf Salvaging, auf Power-Management-Gameplay, dann kann der Nuts gehen, dann können die Missionsentwickler endlich Missionen schreiben, weil aktuell haben sie ja immer so das Problem, naja, sie können komplizierte Missionen schreiben, aber wenn der NPC nicht spawnt, was bringt's dann? Das wird dann auch wieder Ja, da ist vielleicht was dran. Ja, das kann sein. Vielleicht, wir brauchen einfach Geduld. Wir brauchen einfach Geduld. Pass auf, wir sind jetzt schon so lange dran, wir müssen jetzt mal so ein bisschen in die Question der Truppe reinkommen. Ich mach mal hier den Chat mal an, also benehmt euch bitte. Wenn du nicht noch ein Hauptthema, noch was ganz Dringendes zu erzählen hast. Ich bin durch mit meinem Zettel. Dann würden wir noch mal in die Runde fragen, gibt's noch eine Ergänzung, eine Frage zu einem Thema, was wir schon hatten oder irgendwas, was wir, was ich den Wurzel noch mal fragen soll. Hat da noch einer Bedarf? Es kam ja über den Discord ein, zwei Fragen. Ja, es kam über den Discord eine Frage. Soll ich die erste Frage ausgreifen? Ja, gerne. Genau. Die Frage war, glaube ich, warum PU und PTU so strukturiert sind, wie sie strukturiert sind. Wäre es nicht viel sinnvoller, einen sehr stabilen Bild zu fahren und dann den PTU immer mit den neuen Patches zuzuballern? Ja und nein. Klar wäre es sehr viel schöner, wenn wir ein stabiles PU hätten, in dem sich halt dann länger mal nichts tut und die Spieler können spielen und die Tester gehen dann aufs PTU. Aber sobald du das wirklich trennst voneinander, musst du eigentlich beide babysitten. Du musst für beide Bugs fixen. Wenn du in dem einen Bug fixst, dann musst du denselben Bug fix in dem anderen machen. Und das führt einfach zu sehr viel sogenanntem Overhead, also sehr viel Management, das ich zumindest im aktuellen Zustand noch nicht für effizient halte. Später dann, wenn mal die Server-Frame-Rate stabil ist und du quasi immer auf einem aktuellen, also so wie sich aktuell ein neuer Server anfühlt, wenn die Performance immer so wäre und es nur noch um Features ginge, dann kann man drüber reden, weil das Grundgerüst dann stabil ist. Aber wir haben jetzt quasi ein Platzhalter-Pub-Haus und bauen das Fundament um und hoffen, dass es uns oben nicht reinregnet. Solange das Fundament noch nicht steht, und nicht stabil ist, bringt es meiner Meinung nach nichts, das wirklich so stark zu trennen. Also, muss man immer so beurteilen, das kommt natürlich dann auch auf die Struktur drauf an. Da gab es einen, Jared hat da mal eins dieser einstündigen, nicht Insights, eins der Live-Calls mit den DevOps gemacht. Also die, die dann die Patches durchschieben, die Branches integrieren und so. Die reden da ein bisschen mehr auch drüber, wie sie das managen, mit was wohin kommt und so. Da müsste man vermutlich noch mal reinhören, weil die erklären das dann noch mal ein bisschen ausführlicher, wie deren Struktur ist und warum es nicht so einfach ist, das getrennt zu halten, wenn man noch so stark baut. Wann kommt geschätzt die Beta? So, die Frage, die Frage mach ich. Also, die Frage mach ich. Ich tippe ja, also wenn wir jetzt Wurzel zugehört haben, dieses nächstes Jahr, also dieses Jahr iCache in Anbindung an, also in Iterationsschritten an Server Meshing, nächstes Jahr dann Server Meshing mit der Komplett-Implementation da wird es noch viel, viel Schmerzen geben, ganz bestimmt, viele, viele Vibes. Das ist 2022, dann darauf aufbauend die ersten Systeme, die dann dazukommen. Meiner Meinung nach ist es so, dass Server Meshing, so wie er das jetzt erklärt hat, meine Idee war ja eigentlich, es muss eigentlich Pyro kommen, aber so wie er es erklärt hat, muss nicht Pyro kommen, es kann Standen sein, es kann Standen bleiben, erst mal ein erster Wurf, 20, 22, 20, 23, dann, also da so Pyro, 24 ausarbeiten, 25, ich würde sagen, 25 kommt die Beta, die erste, oder 26, 25, 26 kommt die Beta. Also, es kommt natürlich auf die Definition von Beta drauf an. Wenn man jetzt Beta definiert, als unser Fundament steht und wir fügen jetzt nur noch Gameplay-Loops hinzu, dann kann es natürlich früher sein, weil das kann dann theoretisch schon passieren, wenn es in Standen ist und wir noch keinen Pyro haben, okay, das kann dann schon sein. Wenn man Beta aber so definiert, das Spiel läuft rund und es sind eigentlich schon alle Kernfeatures drin, dann kann es echt noch auch länger dauern, weil wir haben viele Kernfeatures. Also ich würde, ich würde, also ich persönlich würde die Beta tatsächlich so definieren, als die Server-Frame-Rate ist oben, die Physikalisierung der Schiffe funktioniert, also das ganze Physik-Scritch-Shenanigans mit HAL-I kann sich ausklappen, einklappen und so, weil dann hat man nämlich sozusagen die zwei Kernaspekte, die Server laufen stabil, Schiffe funktionieren alles und dann, da wir ja Mining schon haben und alle anderen Gameplay-Loops in dieselben Stellen reingreifen, auch wenn sie es total anders umsetzen, ist es im Code sozusagen dieselbe Stelle, so nach dem Motto, wäre dann tatsächlich so der dritte Punkt vermutlich, so der dritte Punkt, wo ich sage, da könnte dann die Beta starten, ist, wenn sie beginnen, Areale zu bauen, also nicht nur neu, Pyro, nicht nur in die Weite, sondern auch wirklich, wenn sie sagen, okay, wir setzen jetzt dieses Turbulent-Team da dran und die bauen dann ein Idris-Wrack, das dann irgendwo reingestellt wird, die bauen dann dann Ding, also weil aktuell ist ja sehr viel leer, Content-Omissions-Relevante Inhalte. Genau, also ich würde es quasi so als Beta definieren, wenn sie Content bauen können und wenn sie anfangen, Content zu bauen, dann beginnt die Beta-Phase. Den Beta-Zustand, sprich alle Gameplay-Loops sind drin, das wird noch Jahre dauern. Dass die Beta-Phase beginnt, das könnte theoretisch damit beginnen, wenn statisches Server-Mashing reinkommt oder vielleicht auch Pyro reinkommt, weil sie heuern ja jetzt Leute an, ne, Turbulent in Kanada, die 100 Leute. Dann ist es tatsächlich eine Frage, dann ist es tatsächlich eine Frage, wie man das definiert. Hätte ich dir gefragt, wann geht das live? Hätte ich dir gesagt, habe ich schon raus, habe ich schon, weiß ich, 2028 geben wir Gold. 2028 geben wir Gold. November. Genau. So, ja. Ist so. Können wir mich, ja. November 2028 geht, sind wir, haben wir diesen schleichenden Prozess und dann werden die sagen, so, ab jetzt gilt's. Da kommt der letzte Vibe und dann geht's los. Äh, Chat, wie sind aktuell so die Wettraten auf das Statement? Na, was handelt ihr da so? Was ist die Quote? Matt, er wird in Matt, bei mir wird in Matt bezahlt, in Matt Brötchen mit Zwiebeln. Gut, so. So, zur Con kommt Nix und Pyro wieder. Pyro haben wir ja schon gesehen, sah ja geil aus, äh, zum Teil. Wer weiß. Was ist mit KI? KI wartet auf Ticks. Achso, hier eine Frage von Blauen Linien. Du studierst ja gerade Spieleentwickler, Bachelor. Das ist recht aufwendig. Gibt's auch Zugänge zu diesem Thema auf weniger höherem, auf weniger hohem Level? Ja und nein. Kommt man, kommt man als Spieleentwickler, also ohne Bachelor, Master, Studium, kommt man da rein? Spieleentwicklung ist ein weites Feld. Und so der richtig Hardcore-Programmierer, so richtig die, die, die Code Wizards, ähm, da wirst du schon irgendeine Vorerfahrung brauchen in der Richtung. Ähm, aber wenn du eher, also, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, also die, die Branche an sich, so die Ausbildung und so dafür, ne, Studium dafür, ist alles noch relativ jung und es zählt eher so Portfolio und eher so, was hast du bereits gemacht und so. Viele der aktuellen Entwickler sind ja ursprünglich Modder gewesen, die Level gebaut haben, die, die Mods geschrieben haben für Gothic 2 und was weiß ich um die Zeit alles rum, alles passiert ist, ne. Ähm, wenn du sowas vorweisen kannst, dann kommt man da schon ganz gut unter. So der klassische Einstiegsberuf in dem Teil ist eher so dann als Q&A-Tester. Also sprich, Tester, die dann versuchen, Bugs zu bestimmen und so dann vielleicht auch schon ein bisschen rumschnüffeln und schauen, ob sie es weiterbestimmen können. Das ist so oder war, weiß nicht, wie es aktuell aussieht, ist aber so ein klassischer, wenn du nicht die, wenn du es nicht als Zertifikat hast, wäre so ein Einstiegsberuf in die Spieleentwicklung so, was, was, was das Skripten angeht auch so, ne. Da, 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 da ist man dann nicht so der, der, der die Grafikkarte optimiert, sondern da ist man dann so eher so der dann Gameplay programmiert oder so, ne, so, so die, die leichteren Dinge, ne, die jetzt nicht so, da, wo du jetzt nicht die Hardcore-Matte hinterwissen musst, äh, sondern wo du halt dann eben so eher so den Content programmierst, ähm. Wenn ich mal aus meiner Lebenserfahrung sprechen darf, es ist nun mal so, ich bin über viele Programmierer gestolpert in meiner Karriere und, ähm, jetzt nicht Spieleentwickler nur, äh, zwei kenne ich, ähm, gerade das IT-Feld, du bist unheimlich, du bist unheimlich spezialisiert hinterher und vorher machst du viel und du kommst da dran, wenn dich Sachen interessieren, du dich damit beschäftigst, kommst du meistens an die richtigen Leute automatisch oder du hast eine Idee davon, was du gerne machen willst. Das heißt, du kannst nicht, du sagst eigentlich nicht, ich bin Spieleprogrammierer, ja, du bist, entweder bist du Designer für 3D-Elemente oder du bist, da gehört ja alles dazu, ja, also der Spieleprogrammierer teilt sich ja auch nochmal auf in Netzwerk, in, in, äh, Serverkommunikation, in Datenbanken, in, und so weiter und so fort. Da gibt es ja eigentlich alle möglichen Sachen, die da irgendwie mit reinspielen, wie bei jedem IT-Beruf und nachher bist du ein wahnsinniger Spezialist wahrscheinlich. Wenn du zum Beispiel jetzt, ich stelle mir vor, bei Blizzard bist oder bei CIG oder so, dann bist du ja quasi da nicht besonders, du, du kennst dich mit dem Thema aus, wo, wo wir sagen, der Herbert, der mit den Fahrstühlen sich auskennt und mit, und so weiter, äh, ne, der, der weiß, wie es geht, der interdisziplinär, also so, das ist das, was ich kennengelernt habe in meiner Karriere in IT. Du bist, wenn du dich breit gefächert interessierst, äh, gibt's jede Menge Einstiegspunkte. Jede Menge Einstiegspunkte. Genau. Also, ich hab zum Beispiel jetzt hier gerade die Seite auf einen Engine Programmer in Frankfurt bei CIG. Da ist ein Requirement, zwei Jahre an professioneller Programmiererfahrung, also das ist nicht der Junior Engine Programmer, sondern schon der Ding, zwei Jahre Erfahrung, aber Zero Years of Professional, ähm, äh, 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 Zero Years of Professional, äh, Programming are acceptable, falls man sufficient work examples proficiency in Programming nachweisen kann. Ähm, Solid Understanding of High Performance Code Design, da gibt's auch viele Ressourcen online, so Game Programming Patterns, äh, geiles Buchding, Solid Understanding of C++ und so weiter, aber da sind dann auch sehr viele Soft Skills gelistet, so du musst geil im Team arbeiten können und dann unter Plasses ist dann der Bachelor Degree in Computer Science oder unter Plasses ist dann, äh, having shipped one or more professionally developed games. Aber wenn, wenn die Leute gesucht werden, dann ist die, die Erfahrung und die, vor allem die Leidenschaft ist vor allem bei Spieleentwicklern sowas, wo dann, wo man dann auch reinkommen kann in sowas. Wenn man eben sagt, okay, du kannst was, du bist bereit da in dem Job dich auch wirklich einzulesen, dann kriegst du oft schon eine Chance. Wenn du bereit bist, nach Nordrhein-Westfalen, München oder da gibt's noch einen Hauptstandort, irgendwie in die Richtung zu ziehen, wenn du da hinziehen willst, irgendwie Nordrhein-Westfalen ist ja superviele, du kriegst auf jeden Fall einen Job in der IT. IT wird gesucht überall. Überall. IT ist so breit, ja. IT ist breit und IT ist knapp. Immer. Weil das ist halt nix, was der Normalsterbliche macht halt nicht so gerne, weil du musst halt schon Bock drauf haben. Das ist halt ein spezieller Beruf. Ist wie, ist wie, äh, äh, Krankenschwester. Wirst du auch nicht wegen dem Geld, weißt du? So, so in die Richtung. Du machst das und dann weißt du, ob du das, dann weißt du sowieso, ob du das machen willst. So. Ähm, noch eine Frage zum Star Citizen. Was haben wir noch? Alles hängt vom iCache ab. Korrekt. Ihr vertraut mir, sehe ich. So. So, wo sind wir? Also zum Thema KI, äh, da war ja so die Frage, die der Chat sich dann selbst beantwortet hat. Äh, aber ja, ähm, die KI, der hängt zum einen von der Server-Frame-Rate ab. Haben wir ja auf dem neuen Server zerschießt sie, Leute, und auf dem alten Server zuckelt sie in der Gegend rum. Ähm, die suchen da, glaube ich, auch Leute. Ist schwer zu kriegen, äh, aber wir sehen aktuell noch nicht, wie weit die genau ist. Da werden wir vor allem dann sowas wie Squadron abwarten müssen, sollten sie da mal mehr zu zeigen oder so. Oder das sogar rauskommen. Oh. Äh, wo da genau der Stand ist. Also das ist sowas, wo wir aktuell sagen können, so, keine Ahnung. Aber für eine Beta brauchen wir eine funktionierende KI, ja. So, dann würde ich sagen, klingen wir den Abend mal langsam aus. Ist jetzt auch schon spät. Wir haben auch ordentlich Zeit gebraten. Was haben wir hier? Zweieinhalb Stunden. Ähm, ähm, es war sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch. Sehr, sehr interessantes Gespräch. Ähm, war super informativ, wie ich mir jetzt schon gedacht habe. Wenn du, äh, Leumon brauchst, ich würde dir einen Zettel ausstellen, kurze, äh, dass du, man braucht ja, man braucht, man muss ja was vorzeigen können. Dann kannst du sagen, hier, ich war beim Gux in einer Talkshow. Schon. Da könnt ihr euch angucken. Drei Stunden habe ich gesagt, wie eure Software funktioniert. Und dann werden die alle da sitzen und sagen, okay, woher, woher weiß der das? Ja? Äh. Ne. So. Bedanke mich auf jeden Fall bei meinen Zuschauern und Zuhörern. Mach eine Abstimmung. Genau. Wir machen eine Abstimmung, ob du, ob du bei CAG arbeiten darfst oder nicht. Vielleicht guckt der Ulf hier auch zu. Ulf oder Wayne oder wie die alle heißen. Hallo hier, der Wurzel, der, der, der wird nach Frankfurt ziehen in euer neues Bürogebäude. Sofort. Ja? Sofort. Wenn ihr, äh, wisst ihr vielleicht, habt ihr mitbekommen, CAG hat, nur mal um die, die Richtung, wer nicht weiß, CAG hat in Frankfurt mit einem, mit einem Hochhaus, komplex, äh, Building, das ist ja so, alles, haben die einen Zehnjahresvertrag für eine größere Bürofläche geschlossen. Einen Zehnjahresvertrag, ähm, damit ihr ungefähr wisst, wohin die Reise geht. Ja? Wisst ihr, wisst ihr Bescheid. Den Wurzel lade ich demnächst nochmal ein, da müssen wir uns aber nochmal absprechen, wenn der Wurzel möchte, natürlich. Und dann, äh, ganz offiziell bedanke ich mich. Ja, Türken der Technik. Äh, ganz offiziell bedanke ich mich bei Wurzelprinft und so wird er ausgesprochen für den tollen Talk heute. Und bei allen, die mitgemacht haben und mich unterstützen. Ja? So, dann, ich wünsche euch, ich wünsche euch was, wir sind raus. und ich wünsche euch, Bis zum nächsten Mal.